Willkommen zum neunten Brettspiel-News-Podcast. Dies ist keine News-Folge. Stattdessen geht es um eure Top 30 Brettspiele des Jahres 2020. Ihr habt eure Top 30 des Jahres 2020 abgestimmt und wir haben gedacht, das können wir nicht so stehen lassen und wir wollen noch mal darüber reden. Und weil das wahrscheinlich zu langweilig wäre, wenn das ich alleine mache, habe ich mir jemanden dazu geholt und zwar Rebecca. Hallo. Rebecca, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die nicht wissen, wer du bist. Ja, ich bin Rebecca, wie du es gerade schon so schön gesagt hast und ich bin quasi Johannes plus eins, wenn es ums Thema Spiele geht. Ich bin die, mit der Johannes alles zusammenspielt, wenn es etwas gibt, was man zusammen ausprobieren sollte. Genau und deswegen, wir spielen eigentlich aktuell, seit wir zurückdenken können, spielen wir schon zusammen Brettspiele. Kleiner Disclaimer zum Beginn von dem Top 30. Wir haben nicht alles gespielt, aber wir können natürlich trotzdem zu allen Spielen was sagen. Gut zwei Drittel haben wir gespielt. Genau, gut zwei Drittel haben wir gespielt. Zu den anderen Spielen sagen wir dann vielleicht, warum wir es nicht gespielt haben oder ob wir es vielleicht noch spielen wollen, weil ihr es so weit oben gerankt habt. Oh ja, da ist jetzt schon direkt gespoilert, ob wir vielleicht welche von weiter oben nicht kennen, obwohl wir etwas sozusagen verpasst haben, von ganz weit oben. Wir werden es gleich sehen. Wir fangen natürlich mit Platz 30 an und auf Platz 30 ist Paladine des Westfrankenreichs gelandet von SJ MacDonald und Schamphillips. Das ist im Deutschen beim Schwerkraftverlag erschienen. Es ist ein Worker-Placement-Spiel für ein bis vier Spielerinnen und Spieler und eine Partie dauert so ungefähr 90 bis 120 Minuten. Und es ist letztes Jahr auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres gelandet. Wir haben es einmal gespielt? Wir haben es einmal gespielt. Wir haben es einmal gespielt, genau. Und danach hast du es auch relativ schnell auf die Liste gepackt. Also für dich selber auch. Ich habe es noch nicht verkauft. Wir können hier oben auf eines meiner Regale schauen und da liegt es oben drauf. Also ich würde schon sagen, das ist ein gutes Spiel. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht so ein Spiel für uns ist. Die Frage ist, ob es nicht sozusagen ein Spiel ist, wo wir zu viel vom Gleichen schon von haben, ist, was ich meine. Also es ist natürlich ein neues, innovatives Konzept gewesen mit diesen verschiedenen Würfeln sozusagen, die man ja einsetzen muss. Und mit diesen verschiedenen kleinen... Muss man nicht diese komischen Leute auf dieses Ding setzen? Also eher die Leute, ja, da sind keine Würfel drin. Aber ich dachte, das wären diese Leute, die man auf diese einzelnen Plätze setzen muss. Genau, richtig. Und zusammen ja mit diesen Karten. Das hat ja so ein bisschen Deckbuilding-Aspekt auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu viel vom Gleichen ist, um das erstmal vorwegzunehmen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es sticht aus diesen Worker-Placement-Spielen, die wir kennen und die wir vielleicht lieben, auch nicht so heraus. Das wollte ich damit eigentlich eher sagen. Die Idee ist nicht so neu und überzeugend, dass man sagt so, wow, toll, cool. Ich finde es auf jeden Fall interessanter als Architekten des Westfranckens. Das ist ja der Vorgänger, weil es auch nochmal deutlich komplexer ist. Also es ist jetzt schon... Also Experten-Spiel ist vielleicht too much, aber es ist auf jeden Fall ein gehobenes Kennerspiel. Was ich auf jeden Fall, glaube ich, merke, also The Miko oder The Maiko, ich weiß noch nicht, wie man ihn genau ausspricht, dass der Illustrator dieser ganzen Nordsee-Reihe und Westfrankreich-Reihe und auch Valeria hat er auch illustriert. Langsam habe ich mich, glaube ich, ein bisschen satt gesehen. Ah, an diesem Zeigenstil. Also der ist natürlich irgendwie sehr ikonisch oder zumindest sehr einprägsam. Aber gerade bei diesem Westfrankreich- und Nordsee-Saga, da sticht er nicht so hinaus. Also bei Valeria finde ich das viel interessanter, weil es da nochmal deutlich bunter ist. Ja, vielleicht auch, weil er da sozusagen mehr Möglichkeiten hat. Dadurch ist er sozusagen ja immer Menschen. Ich glaube, so Menschen ist auf jeden Fall sein Go-To, also sein, was er gut kann oder Kreaturen. Und das ist natürlich bei diesem Paladine sozusagen, da hat er im Endeffekt nicht so diese Auswahl von Menschen sozusagen, die er macht, sondern dann sozusagen durch diese ganzen Plättchen, die man hat und ähnliches, ist er da vielleicht ein bisschen eingeschränkter gewesen. Und das ist vielleicht bei Valeria dann eher cooler, wenn man diese ganzen Kreaturen sozusagen sieht. Ja, voll auf jeden Fall. Ja, sonst zu Paladine. Ich spiele relativ häufig auch Solo. Das hat einen Solo-Modus mit drin, mit einem Automa, der eigentlich auch super funktioniert. Aber ich bin eher so der Typ, der keinen Automa braucht, sondern mir wird auch so eine reine punktere Jagd reichen. Und man muss schon irgendwie relativ viel managen. Also kann natürlich sein, dass das bei häufigerem Spiel einfacher ist und leichter fällt. Aber irgendwie, ich meine, es gibt so viele tolle Spiele insgesamt. Und da ist jetzt Paladine des Westfrankenreichs irgendwie nicht so... Sie sind ein bisschen hinten runtergefallen. Das meinte ich halt gerade. Das ist sozusagen bei dem Walker-Placement-Spielen, die es halt gibt, dass es einfach nicht so heraussticht. Aber allgemein, finde ich, war auch letztes Jahr ein sehr starkes Spielejahr. Und dann ist vielleicht auch das Paladine... Findest du? Ich würde sagen, dass 2020 ein relativ starkes Spielejahr war. Ich würde sagen, das können wir doch nochmal aufs Ende dieser Diskussion herauszögern, diese Frage, ob ich dem zustimmen würde. Uh, dann will ich ja nicht zu viel Spoiler. Ja, ich glaube, sonst wäre es das erstmal zur Paladine des Westfrankenreichs. Ja, dann geh doch mal weiter zum nächsten. Genau, auf der 29 ist The Seventh Continent von Ludovic Rudi und Bruno Soutet gelandet. Das ist letztes Jahr auf Deutsch bei Pegasus erschienen. Und das ist ja ein kooperatives Abenteuerspiel. Das war ein super erfolgreicher Kickstarter. Und das können ein bis vier Spielerinnen und Spieler spielen. Ich habe mal auf Board Game League geguckt. Da steht bei der Spiel... Also wie lange es dauern kann? Fünf bis tausend Minuten. Wie viele Stunden sind das? Ja, wie viele Stunden sind das? Ich habe nicht nachgerechnet. Also es geht halt darum, dass wir in so einer, ich glaube, so ein bisschen Steampunk-Welt die Welt entdecken und die Karten auslegen. Und da ist jetzt auch schon das allererste Spiel auf der Liste, das wir nicht gespielt haben. Vielleicht auch genau aus dem Grund. Ja, ich glaube schon, weil ich habe für mich selber gemerkt, dass viele, dass so ausschweifende Kampagnen-Spiele, glaube ich, nicht unbedingt meins sind, wo man auch super viel Regeln nochmal lesen muss. Also es ist auch so bei vielen Dungeon-Crawlern oder sowas, da hast du dann irgendwie so 30, 40, 50 Seiten gefühlt mit so kleinen Fitzel-Regeln und ja. Ich bin generell auch jemand, also ich bin nicht so der Miniaturen-Mensch, also das passt dann diese Dungeon-Crawler-Situation mit rein und ich glaube, das ist für mich auch etwas, was mich dann, ja, irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde, es ist dann, hat immer sozusagen diesen Touch von, es ist irgendwie sehr wertig und ist ja auch cool eigentlich, wenn es so verschiedene Figuren gibt, es ist dann so dieses, okay, wow, das ist jetzt das Spiel, weil es halt irgendwie das hat und das hat und das hat. Deswegen so, ja. Also ich glaube, das ist bestimmt ein super interessantes Spiel, vielleicht nicht unbedingt für uns. Also die deutsche Version ist ja ein bisschen abgespeckter als der Kickstarter, wo man wahrscheinlich, ne, tausend Minuten steht da drin, also kann man wahrscheinlich ein halbes Leben mitfüllen. Vielleicht wäre das nochmal irgendwas, wenn das irgendwo billig rumsteht und kann man es sich nochmal angucken, aber... Das hat ja auch einen Grund, warum es dann auf dieser Liste gelandet ist, ne? Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, wahrscheinlich ist es kein schlechtes Spiel, so, wenn es auf dieser Liste steht. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, weil du jetzt schon mehrfach gesagt hast, sozusagen für uns sozusagen, vielleicht wäre es dann mal ganz cool, so was, was spielen, also was spielen wir denn eigentlich gerne, du und ich? Was spielen wir gerne? Ich bin ein ganz großer Fan von Uwe Rosenberg-Spielen allgemein. Ich glaube, so Eurogames sind voll meins. Ich spiele auch sehr gerne Puzzlespiele. Ja. Roll and Ride finde ich auch ganz nett. Genau. Also ich glaube halt, also ich würde mich dem auf jeden Fall antworten, ich bin jetzt kein Uwe Rosenberg-Fan, Spoiler, Spoiler. Also damit kannst du mich nicht hinterm Open hervorlocken, aber ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Art und Weise von Spielen an sich, die wir mögen. Also wenig dieses, also wir spielen wenig diese Spiele erstmal, die sehr kompetitiv sind, wir spielen wenig diese Spiele oder die gefallen uns nicht so gerne, die, wo man irgendwie sozusagen, also diese Kampagnen-Spiele sind, finden wir eigentlich ganz cool, aber es ist dann trotzdem, wir fassen es halt nicht mehr wieder so an und wir fassen Spiele oft nicht mehr als ein, zwei, dreimal irgendwie an, weil wir einfach keine Zeit dafür haben, weil wir so viele andere Sachen spielen möchten. Heißt du, diese Kampagnen-Spiele, man oft nutzt sozusagen die Einsteiger-Kampagne-Spiele danach ist es so, jetzt müssten wir weiter spielen, um die coolen Sachen zu spielen, das fällt dann irgendwie hinten rüber bei uns auch ganz oft. Deswegen, das glaube ich, würde auch in diese Sache reinfallen, warum wir vielleicht das denn nicht so anfassen wollen, weil wir eben nicht die Zeit dafür haben und auch nicht diese Art von Spieler sind, die sagen, wir machen jetzt ein ganzes Wochenende Spiel, wenn du das Spiel jetzt durch und machen die Kampagne oder machen irgendwie den Dungeon und den Dungeon und machen jetzt weiter und weiter, sondern einer Partie haben wir dann auch meistens genug und machen dann was anderes, haben eher die Abwechslung, das glaube ich auch nochmal dazu zu sagen, warum das zum Beispiel nicht auf unserer Liste landen würde. Ja, ich glaube, da ist Seven Continent auch ein Spiel, das sich wahrscheinlich erst lohnt, wenn man das richtig, richtig häufig spielt. Ich habe hier oben auch noch Tainted Grail von Awakened Realms stehen, das müssen wir auch nochmal spielen, also ich habe mal das Tutorial gespielt, das ist ja so ein bisschen ähnlich, müssen wir uns vielleicht mal rantrauen. Es kann ja auch sein, dass wir dann völlig geflasht sind, aber bis jetzt ist es tatsächlich eher so, dass wir dann lieber häufiger andere Titel spielen als zehnmal hintereinander das gleiche. Genau, also eher durchmischen sozusagen, genau. Ja. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu ein paar Spielen, Gott sei Dank, die wir alle kennen und vielleicht auch lieben. Genau, denn auf der 28 ist Cloud Age von Alexander Pfister und Arno Steinwender gelandet, das ist letztes Jahr bei Nanops Games erschienen. Das ist ein Kennerspiel für ein bis vier Spielerinnen und Spieler, dauert so ungefähr 60 bis 100 Minuten und das spielt in einer Postapokalypse, so ein bisschen Mad Max-Szenerie könnte man sagen und wir sind mit Luftschiffen auf einem Plan unterwegs und also hat dadurch auch so ein bisschen Wettrennen-Charakter, aber auch Deckbuilding, Handmanagement, so viele kleine Sachen und auch einige nette Gimmicks auf jeden Fall. Also mit diesem Sleeve zum Beispiel, mit diesen coolen Wolken da drauf, also ich liebe es tatsächlich, also ich finde Cloud Age ganz cool, ein ganz tolles Spiel. Ja, ich finde das auch richtig, richtig cool. Ich habe am Anfang, also am Anfang hat mich das ein bisschen frustriert, weil, also wir können während des Spiels entdecken und da gucken wir uns halt solche Karten an, die in Sleeves sind und auf den Sleeves sind Wolken. Und die Wolken sind leider nicht aufgedruckt, sondern sind Sticker und ich musste halt am Anfang, als ich das ausgepackt habe, muss ich die Sticker der Wolken auf die Sleeves raus machen, was eine echte Fizzle-Arbeit ist. Das Problem hatte ich da nicht, du bist ja alles mal vorbereitet, wenn ich hier ankomme, und so zu sagen, das habe ich ja keine Probleme. Ich habe alles für dich vorbereitet. Ich habe auch auf Twitter, das sozusagen mich ein bisschen darüber echauffiert, hat dann netterweise Alexander Fiste auch geantwortet und gesagt, das ging leider produktionsmäßig nicht anders. Beim Spiel stört das tatsächlich nicht mehr so. Also das sieht tatsächlich ganz cool aus. Sieht echt cool aus. Es ist eigentlich nur ein Gimmick, aber irgendwie ein nettes Gimmick, weil, also unter diesen Wolken sind dann halt unterschiedliche Karten, von denen wir Ressourcen kriegen und dann wissen wir immer nicht genau, es gibt Wasser, Metall, Energie und Karten und das sind trotzdem nicht komplett random, sondern es gibt schon eine Wahrscheinlichkeit, wenn an der Seite mehr Wasser ist oder das, dann kannst du schon ungefähr abschätzen, dass da wohl auch viel Wasser drunter ist, was ich halt sehr gut finde, wo der Glückseffekt ein bisschen weg... Genau, also man kann schon ein bisschen pokern, aber man kann auch so sehen, so ah, da ist jetzt auf jeden Fall super wenig Wasser, dann wahrscheinlich ist da eher weniger Wasser drauf, auf jeden Fall. Was ich auch ganz coole Idee finde, dass wenn ich jetzt eine Aktion mache, dass du so eine kleine passive Aktion sozusagen auch mitmachen kannst. Das finde ich immer eine ganz coole Idee, auf jeden Fall. Das ist dieses, wo wir vorhin drüber geredet haben, also dieser kompetitive Aspekt, natürlich spielen wir immer gegeneinander, wir spielen immer natürlich gegeneinander, man spielt ja, also man spielt Koop, spielt ja immer irgendwie ums Gewinnen, natürlich will man auch Gewinnen, aber es ist trotzdem cool, dass man sozusagen eigentlich haben wir diesen Wettlaufcharakter im Endeffekt, dieses Kompetitive hat und nicht mit, ich nehme mir das weg, ich nehme mir das weg, ich nehme mir das weg, sondern sozusagen dieses Wettlaufding, das ist, was man irgendwie macht und das finde ich auch eine schöne Sache und ich finde es auch schön, dass man sozusagen trotzdem auch mit dem anderen interagieren kann. Es ist ja auch normal, auch Spiele, die auch auf dieser Liste stehen und jeder puzzelt so für sich alleine irgendwie hin und man macht mit dem anderen im Endeffekt nichts und das finde ich hier auch cool gelöst, dass man irgendwie zumindest eine kleine Interaktion immer in jeder Runde irgendwie dabei hat. Ja. Ja, voll. Und ich finde auch, dieses Gefühl so nach und nach, also wir haben ja ein eigenes Luftschiff und das können wir aufbauen, also wir können sozusagen Kanonen dran bauen, wir können weitere Propeller machen, dass wir dann uns weiter bewegen können oder dass wir halt mehr Kampfstärke haben und das finde ich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, so nach und nach sich das Luftschiff zu verbessern und wir sammeln halt auch Karten, die uns dann auch entweder Effekte bringen oder Karten, die wir kaufen, also nochmal bauen wollen, ist billiger oder halt einfach andere Effekte und dadurch hat man halt am Ende ein deutlich gepimpteres Luftschiff als am Anfang und das finde ich eigentlich ganz cool, also das ist da super belohnend auf jeden Fall. Und es gibt Holzmeeple in Form vom Luftschiff. Das stimmt, aber auch da sind auch Sticker dabei. Ja, das ist immer cool. Ich finde, immer Holzmeeple in Form von irgendwas immer gewonnen bei mir direkt. Ja, das auf jeden Fall. Immer gut, ja. Was ich noch sagen kann, das hast du noch nicht gemacht, ich habe die Kampagne, die da drin ist, mitgespielt. Also es ist kein wirkliches Legacy-Spiel, das sind so Plättchen, die man dann auf den Planen aufbaut und ist dann auch angezeigt, wo man die immer aufbaut und es gibt einige Mechaniken, die dazukommen und neue Karten und sowas. Das ist jetzt nichts Großes, was irgendwie so outstanding ist und die Geschichte ist nett. Es ist eine ganz süße Geschichte. Es gibt eine Geschichte. Es gibt eine Geschichte, was auf jeden Fall positiv ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganz coole Kampagne. Es ist auf jeden Fall, es ist eine Kampagne da, die überhaupt nicht hätte sein müssen, was ganz cool ist und die können wir auf jeden Fall auf jeden Fall nochmal spielen. Das heißt, man kann die solo und auch zu zweit spielen? Die kann man solo und auch zu zweit spielen. Der Solo-Modus ist auch ganz clever gemacht, genau. Das ist ja immer was, was du sozusagen noch immer ins Vorteil hast. Das muss man auch nochmal sagen. Ich weiß, das weiß ich tatsächlich nicht, aber wenn es noch dieser Liste auch Spiele, die man gar nicht alleine spielen kann, dann kauft Johannes sie sich nicht, weil ich bin halt nicht immer vor Ort. Das heißt, da spielt Spiele oft alleine und wenn man ein Spiel nicht alleine spielen kann, nimmt es Platz im Regal weg, im Zweifelsfall oft. Deswegen stehen hier meistens auch hinter mir jetzt gerade, könnt ihr nicht sehen, da hinter mir steht Johannes Regal, stehen eigentlich 90 Prozent Spiele, die man auch nur auch alleine spielen kann und die auch Sinn ergeben alleine. Das heißt, die Solo-Variante ist für dich immer ein super wichtiger Punkt beim Spiel dabei. Auch wenn es natürlich für einige Spiele schon ganz coole Solo-Variante ist. Also Board Game Geek, da gibt es ja ganz viele kreative Menschen, die sich da schon was ausdenken. Das finde ich übrigens cool, genau. Aber Cloud Edge kann man auch so solo spielen und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist doch gut. Und Cloud Edge spielen wir bestimmt auch noch ein paar Mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf meiner Top-Liste auf jeden Fall auch drauf von den ganzen 30 Spielen, definitiv. Okay, dann machen wir mal weiter mit der 27 und da wird es jetzt nochmal ein bisschen seichter mit Nova Luna. Das ist ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg, so ein bisschen nach einer Idee von Korne van Morsel. Das ist bei Pegasus erschienen, ist für ein bis vier Spielerinnen und Spieler, dauert ungefähr 30 Minuten. Wurde auch dieses Jahr zum Spiel des Jahres nominiert und wir puzzeln uns einfach so Plättchen zusammen, auf denen wir bestimmte Aufgaben erfüllen. Ja, das ist es eigentlich auch schon im Kern. Ich finde es lustig, dass du gerade seichter gesagt hast, weil es ist auch etwas, wo wir auch ganz oft drüber sprechen, wenn wir spielen, dass wir schon in so einer kleinen Bubble drin sind, wo für uns das so, ja, Nova Luna spielt man mal kurz so eben weg. So, dann habe ich mir tatsächlich Nova Luna auch für mich zu Hause gekauft und habe es mit meinem Freund gespielt. Und mein Freund hat sehr gestruggelt bei diesem Spiel. Gar nicht, weil er jetzt irgendwie, weiß ich nicht was, sondern weil er einfach nicht zu spielerfahren ist. Und das ist einfach eine Sache, die, deswegen fand ich nur diesen Kommentar gerade lustig zu sein, dass es ein wenig seichter, weil man ist dann auch in so einer Bubble drin, über die wir uns auch mal bewusst sein müssen, dass es irgendwie halt, deswegen für das Spiel des Jahres fand ich es auf jeden Fall schon sehr, also anspruchsvoll, also für die Nominierung. Ich fand es gut, aber ich fand es jetzt für das Spiel des Jahres eigentlich immer sozusagen, sollte so ein Spiel sein, in Anführungsstrichen, dass so alle spielen können. Da ist Nova Luna schon auf jeden Fall im, sozusagen eher im höheren Sektor, der Nichtspieler, wenig Spieler sozusagen, würde ich auf jeden Fall sagen, angesiedelt, definitiv. Auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was jetzt die letzten zwei Jahre auch bei Spiel des Jahres gewonnen hat. Das sind auf jeden Fall deutliche, seichtere und so, eher so Partyspiele. Ja. Ja. Und das stimmt, ich habe das auch letztes Jahr irgendwann einmal zu viert gespielt mit drei Personen, die eher nicht, oder die nicht so häufig spielen und die waren, die waren super investiert, auf jeden Fall, die haben wirklich so nachgedacht, was kann ich jetzt am besten machen. Also es hat super funktioniert und die waren völlig begeistert und waren voll drin, aber es stimmt wahrscheinlich für uns ist es so sehr erfahrene Spielerinnen und Spieler, es ist wahrscheinlich einfacher und man spielt das eher so nebenbei, wenn es für, weiß ich nicht, Familien, die nicht so häufig spielen, ist es wahrscheinlich ein abendfüllendes Spiel, vielleicht too much, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich dann noch reindenken muss. Genau, wo man nicht einfach sagen kann, wir packen jetzt mal irgendwie Memory aus ungefähr, sondern es ist halt schon eine Sache, wo man erstmal auch verstehen muss, worum es geht, wie es funktioniert, wo man auch Fehler machen kann, definitiv, und das auf jeden Fall auch ein kleiner Frustrationsfaktor dabei sein kann, auf jeden Fall auch. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das deswegen nicht gewonnen hat, zum Beispiel, ja. Was mich freut, das ist ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg, was nominiert wurde, das ist freundlich irgendwie. Es sind ja dieses Jahr noch mit New York Zoo und Zagani noch zwei weitere Puzzlespiele, Spoiler, die sind nicht auf der Liste, wo ich glaube ich sogar sagen würde, dass beide Spiele interessanter sind. Als Nova Luna? Als Nova Luna, ja. Also ich verstehe, warum Nova Luna drauf ist. Weil es zugänglicher ist. Nova Luna ist auf jeden Fall zugänglicher. Ja, New York Zoo finden ganz viele auch super langweilig. Ich finde New York Zoo eigentlich ganz gut. Ich fand es auch vor allem natürlich Satir Miepel, was natürlich sehr, sehr schön ist. Holz Miepel. Holz Miepel. Und Zagani ist so ein bisschen das weiterentwickelte Nova Luna. Also ich finde Nova Luna schöner. Ich mag diese, es ist etwas sehr Abstraktes, aber schon mit dieser Mondoptik, das ist ganz elegant. Aber Zagani ist bei vielen Sachen nochmal verzeihender. Ja, stimmt. Auch wenn da natürlich nicht dieser coole Rundenmechanismus. Also bei Nova Luna ist das wie bei Patchwork oder auch bei Glenmore, dass immer die Person, die hinten auf der Reihenfolgeleiste ist, dran ist. Und dann kann es halt auch mal sein, dass eine Person zweimal drankommt und dann irgendwie anderen die Plättchen wegschnappt. Und da muss man schon gut überlegen, bei Nova Luna. Also ich finde, es ist ein cooles Puzzlespiel, was zugänglich ist. Ich mag es auch gerne. Ja, definitiv. Manko ein bisschen Solo ist sehr, sehr random. Also da kann es auch mal einfach sein, dass man sehr, sehr schlechte Punkte, Punktzahlen erreicht. Aber es macht trotzdem Spaß für zwischendurch auf jeden Fall. Ja. Auf der 26 vielleicht, also nicht das Highlight, könnte vielleicht noch kommen, aber auf jeden Fall eins meiner Highlights des letzten Jahres, nämlich eine wundervolle Welt von Frédéric Gürat. Das ist über die Spieleschmiede finanziert worden auf Deutsch beim Kobold Spieleverlag. ist ein Spiel für ein bis fünf Personen, dauert ungefähr 45 Minuten, auch wenn es, glaube ich, bei geübten Spielern deutlich schneller geht. Und das ist ein reines Drafting- und Engine-Building-Spiel in so einer vielleicht dystopischen Zukunft. Und ihr hört schon Rebecca stöhnen. Ich mochte es einfach nicht. Ich mochte es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich mochte es einfach nicht. Es ist sogar, ich habe tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf diese Liste nochmal überlegt, warum mochte ich es eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich mochte es einfach nicht. Ich glaube, es war mit zu random. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war ein bisschen zu random. Ich glaube, ein großes Manko auf jeden Fall. Also in der Spieleschmiede ist ja diese große, ich glaube, Heritage-Box heißt das erschienen. Das ist so eine riesige Big-Box mit dem Grundspiel einer Erweiterung und zwei Kampagnenerweiterungen. Und die ist riesig, die Box. Und die hält alles mögliche Zusatzmaterial, was super cool ist. Aber wenn man das Spiel dann aufbaut, dann ist es eigentlich ein relativ kleines Drafting-Spiel. Und ich glaube, die Big-Box weckt erstmal ganz andere Erwartungen, als es dann eigentlich ist. Weil es geht super schnell. Es sind nur über vier Runden gespielt. Wir draften, ich glaube, ich muss gerade überlegen, ob es sieben Karten sind. Ich glaube, sieben Karten draften wir immer hin und her. Und dann spielen wir die aus. Was ganz cool ist, es hat so eine Produktionskette. Das heißt, wir können auch gucken, welche Karten wir wann ausspielen. Es gibt sechs oder sieben. Ich glaube, es gibt sechs. Ich weiß gar nicht, wie viele Ressourcen es gerade gibt. Es gibt unterschiedliche Ressourcen, die nacheinander produziert werden. Und dann können wir halt auch, indem wir was in der, die erste oder zweite Ressource, die wir produzieren, ermöglicht uns dann eventuell, dass wir eine Karte fertig bauen, sozusagen, die dann in der gleichen Runde wieder eine andere Ressource produziert. Und das ist auf jeden Fall ein super befriedigendes Gefühl. Auch da kann man Solo spielen. Es gibt so einzelne Solo-Szenarien, was ganz cool ist auf jeden Fall. Es gibt zwei Kampagnen-Erweiterungen. Die eine, Krieg und Frieden. Das ist so ein bisschen more of the same und ein bisschen neue Mechaniken, die ganz cool ist. Und dann gibt es noch eine zweite Kampagnen-Erweiterung, die so viele neue Aspekte reinkriegt und das Spiel ein bisschen für mich so ein bisschen unbalanced macht. Also das nimmt so ein bisschen die eigentlichen Fokus, wirklich dieses reine Drafting und Engine-Building-Ding so ein bisschen raus. Und das hat mich ein bisschen gestört. Aber ich habe es auf jeden Fall super häufig. Ja, du hast es so oft gespielt. Im November oder Dezember habe ich es, glaube ich, 30 Mal oder so gespielt. Also es ist halt auch so schnell. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Ich habe es einmal gespielt und einmal hat mir gereicht. Ich bin aber auch kein Freund, müssen wir noch dazu sein, vielleicht auch, warum wir so bei Uwe Rosenberg uns so ein bisschen uneinig sind. Ich bin auch kein Freund von einer limitierten, also es ist sehr limitiert. Man hat diese vier Runden und dann muss man auch ready sein. Und ich glaube, es ist ein Spiel, was ich immer so ein bisschen schade finde, wo wir aber auch gerade eben ja angesprochen haben, dass wir oft Spiele nur einmal spielen. Es ist ein Spiel und du hast zwei, drei, vier, fünf Mal gespielt, jetzt hast du den Dreh raus. Und wir spielen es halt einmal und es war so, Alter, keine Ahnung, ich habe null Plan, was irgendwie Sinn macht. Und Johannes so, ja, ich mache das jetzt so und so und ich dann so, ja, klar, cool. Und das ist dann immer so, weiß ich nicht, das ist dann so ein bisschen, ich habe mal so ein Problem mit so Spielen, wo man, das ist so wie bei Serien, wenn Leute zu dir sagen, damals so Breaking Bad, ich habe irgendwie drei von Breaking Bad und sie dann so, du musst aber fünf Folgen, dann wird es richtig geil. Ich glaube, wenn es die erste Folge schon keinen Spaß macht, dann spielst du den schon zweiten, dritten oder vierten Mal. Und das ist sowas, was ich immer so, ja, wo wir, glaube ich, unterschiedlich ticken bei Spielen, dass du dann oft sehr verzeihend bist und das auch zwei, drei, vier, fünf Mal spielst und dann merkst, oh, das ist richtig cool und ich so beim ersten Mal, nee, nee, finde ich kacke, wir wollen den ganz zweites Mal spielen. Ciao. So. Das ist noch perfekte, positive Schlussfolgerung für das Spiel. Auf der 25 haben wir ein ganz anderes Spiel und zwar Nemesis von Adam Kvapinski, das ist bei Awakened Realms, beziehungsweise auch auf Deutsch bei Asmodo erschienen. Das ist ein kooperatives Horrorspiel für ein bis fünf Personen, dauert, also das steht 90 bis 180 Minuten, kann aber, glaube ich, auch einfach mal in zehn Minuten vorbei sein, denn es geht darum, dass wir als unterschiedliche Crewmitglieder auf einem Raumschiff aus unserer Stasis aufwachen und irgendwas ist hier los und eigentlich kann man sagen, das ist Aiden das Brettspiel. Ja, definitiv. Also, wenn das Spiel ist, wir haben es damals zu dritt gespielt, als wir es gespielt haben und ich habe mir sehr bezeichnet, ich habe mir in der Vorbereitung hier zwei Zettel vor mich hingelegt und es gibt so eine Spalte mit egal, wo wir mir egal überstehen und da steht Nemesis ganz oben, weil es mir halt irgendwie egal ist, dieses Spiel. Es ist halt irgendwie cool und ich glaube, wenn man auch Alien oder Horrorfilme, da bist du ja auch eher so der Mensch, der sich dafür so ein bisschen fühliger ist für diese Sachen, dann ist es auch, glaube ich, cool. Für mich war es so, ja, ich laufe jetzt hier rum in diesem Raumschiff und repariere irgendwie die Türen oder auch nicht oder mache Türen zu, um meine Crewmitglieder irgendwie oder die Aliens einzusperren oder auch immer auch meine Crewmitglieder einzusperren und wir spielen gegeneinander, aber auch miteinander und es ist irgendwie so, ja, und ich kann mich auch theoretisch in fünf Minuten absondern und werde dann einfach weg und wird gerettet werden. Ciao. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was rein über das Gefühl und das Thema lebt. Also spielmechanisch, wie du gesagt hast, wir ziehen Karten, was auch ganz nett ist und können unterschiedliche Dinge machen und haben Waffen und, aber wir können es auch, also die Aliens sind meistens eher stärker und es hat so einen semi-kooperativen Aspekt, weil wir schon das Ziel haben, also dass wir wollen schon die Aliens vernichten, aber wir haben auch so geheime Aufträge, was schon ganz nett ist, dass wir dann selber überlegen müssen, okay. Ja. Und, ähm, also, genau, es lebt, glaube ich, sehr durch die Story und dass man sich da hineinfühlen kann, wenn das nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich eher schlecht. Wir können noch mal gucken, ob wir, es gibt so ein Storybook mit so einer kooperativen Kampagne, jetzt können wir noch gucken, ob wir das nochmal spielen wollen und es gibt auch inzwischen andere Aliens, die anders funktionieren, ja, aber insgesamt ist es so, wenn man, glaube ich, sich da reinfühlen kann in das Thema, dann ist es, dann ist es richtig, dann hat es wahrscheinlich auch so einzigartige Momente, es war auch so, ich habe, ach, es war völlig dämlich auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann nochmal, ich weiß gar nicht, glaube ich, den Antrieb sabotiert und nochmal so ein bisschen so, ich hätte es nicht machen müssen, aber es war lustig, dadurch bin ich dann aber am Ende gestorben, wie Rebecca ist in der Rettungskapsel im Kopf, also für Rebecca hat sie es ausgezahlt, ich bin abgekratzt, aber es hat schon lustig, weil man schon so fies sein kann. Ja, das finde ich auch gut, diese asynchronen Sachen, so ein bisschen, weil man auch lügen kann mit dieser Steuerung, wo geht es jetzt hin, ja, wir steuern auf den Mars zu oder so oder wir steuern jetzt auf die, ja, ja, wir sind auf der richtigen Strecke und dann ist man halt nicht, das finde ich auch cool, weil man dann, ich glaube, deswegen meinst du halt mit diesem Thema, wenn man so in dem Thema drin ist und dann jeden Abend wirklich spielt mit Freunden zusammen und sozusagen ein bisschen so dieses gefühlten Mörder im Dunkeln noch so ein bisschen mit reinbringen will, so, traust du mir jetzt, vertraust du mir nicht, so Krimi-Dinner-mäßig, dann ist das schon cool, wenn man sich da mehr so reinfühlt, aber so als ein Anführungsstrichen normales Brettspiel an einem sonnigen Samstagvormittag ist es so, hm, ja, okay, gut, lasst mal das nächste spielen, so, lasst mal nochmal nochmal in der Runde Cloud-Age spielen, so, das ist halt so. Ja, Nachteil für noch, also ich glaube auch in einer großen Runde mit allen, die da voll investet drin sind, kann das wirklich gut funktionieren, Nachteil kann aber auch sein, also, die Aliens tauchen manchmal völlig random auf und wenn irgendwie die fieseste, große Alien-Creen auftaucht, dann kann es auch sein, dass du relativ schnell tot bist und dann bist du halt auch raus, also das hat so Play-Elimination, was nicht cool ist, aber es wäre auch blöd, wenn es nicht drin wäre, also das passt alles, ich finde, es wird alles dem Thema untergeordnet und als das funktioniert es auf jeden Fall gut. Ja, das kann ja, du kannst es ja irgendwie in den ersten 20 Minuten sterben und dann spielst du ja noch 40 Minuten, deswegen, es muss halt wirklich so in einer geselligen Runde vielleicht sein, wo man sich dann unterhält oder sowas, aber wenn man es als Spiel in Anführungsstrichen wirklich spielt, so und nicht als Event macht, ist es so, ja, okay, dann kann ich jetzt auch aufstellen und gehen oder nicht, so, danke, ich bin jetzt tot, so. Das sind wieder so verzeihende und positive Leute von Rebekka. Genau, ich weiß, ich bin ja mal der Positive von uns beiden, aber stimmt gar nicht, obwohl ich hasse genauso viel, wie du hasst in den Spielspielen, also, ja. Wir gehen auch ganz, also aktuell nicht mehr, geht ja leider nicht mehr, wir sind früher auch super häufig ins Kino gegangen und da sieht es eher andersrum aus, weil ich eher da, der bin, der super negativ ist und Rebekka hat da deutlich verzeihender. Ich bin so verzeihend bei Filmen. Aber, das ist ein anderes Thema. Tut jetzt nicht zur Sache, kommen wir vielleicht später irgendwann mal wieder drauf zurück. Wer weiß. Irgendwann. Auf Platz 24 ist Marco Polo 2 im Auftrag des Kahns von Daniele Tassini und Simone Luciani, das ist bei Hans im Glück erschienen, ist ein Spiel für zwei bis vier Personen, dauert 30 bis 120 Minuten, ist so Dice Placement und Ressourcenmanagement und wir können so Handelsaufträge erfüllen und das haben wir beide nicht gespielt. Nee. Nee. Warum eigentlich? Es ist im Endeffekt wirklich so ein, eigentlich ist es ein Spiel für uns, weiß ich, warum wir das nicht gemacht haben, weil es ist halt im Endeffekt ein Worker Placement mit Würfeln und sowas, eigentlich ist es cool, aber warum machst du dir das nicht gekauft, Johannes? Warum habe ich mir das nicht gekauft? Ihr seht, das ist für zwei bis vier Personen, das heißt, es hat erstmal so keinen Solo-Modus, aber es gibt glaube ich einen ganz, oder es soll einen ganz coolen Automa geben, der ganz fancy sein soll, muss ich mal schauen. Vielleicht probieren wir das irgendwann nochmal aus und holen das nach, aber ansonsten können wir dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich stehe doch so weit unten, also vielleicht ist es doch gar nicht so gut. Aber auf der 23, da können wir was zu sagen, das ist ein richtiger Brecher auf jeden Fall. Riesenspiel. Riesiges Spiel, hochkomplex, nämlich On Mars von Vital Lacerda, das ist auf Deutsch bei Skellig Games erschienen, ist ein Spiel für ein bis vier Personen, dauert 90 bis 150 Minuten und ist ein sehr komplexes Worker Placement Spiel, wo wir uns nach und nach auf dem Mars aufbauen und das Material auf jeden Fall, krasse Dinge, also riesige Box, super hochwertiges Material. Ah. Willst du die Story dazu erzählen, die Metastory, dass du es hattest, es weggegeben hast und es dann wieder hattest durch Zufall? Genau, aber ich finde es eigentlich ganz, also genau, das erste Mal hat nicht so krass gezündet. Ich finde es gut, dass ich es jetzt wieder im Regal habe, ich habe es auch schon wieder gespielt und möchte es auch wieder spielen. Es ist, also es ist, glaube ich, auch hochkomplex, ich finde es gar nicht so unzugänglich für so ein Experten, also es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel, aber ich fand es, glaube ich, dadurch, dass das thematisch sehr gut eingebunden ist, die unterschiedlichen Aktionen, was wir alles machen können und wir können so von Mars hin und her reisen, Sonnen- und Schattenseite, glaube ich. Das ist schon ganz cool und das Material ist halt auch echt super krass. Aber das Interessante, wo für mich On Mars auf jeden Fall jetzt nochmal interessanter wird, ist, soll dieses, ich glaube, dieses Jahr auf Kickstarter eine Koop-Erweiterung mit dem Titel Surviving Mars kommen. Und da gibt es oft so coole, bedruckte Meeples, die so Aliens zeigen. Und das kann, glaube ich, richtig cool sein. So ein richtig hochkomplexes Koop-Spiel mit dem Material ist, glaube ich, richtig nice. Also, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir unbedingt die richtigen Leute für La Serra-Spiele sind. Ich wollte mich gerade sagen, wir haben auch von ihm doch auch dieses andere Spiel gespielt mit diesem Bankraub. Und ja, ich glaube, ich bin einfach bei diesem Spiel, also bei diesem Autor irgendwie nicht so zugänglich. Also, wenn du sagst, so tolles Material und viel und groß, ich glaube, ich war sowohl bei Escape than als auch bei On Mars nachher von dem Spiel dann dafür, dass es versprochen hat, ein bisschen enttäuscht. Also, das Spiel an sich, man baut ein Riesending auf. Es ist wirklich ein, also, es kostet gefühlt 1000 Euro und ist irgendwie so ein Ding und denkst, du baust auf und denkst dir so, geil, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Und dann ist es im Endeffekt dann so ein Spiel ein bisschen irgendwie doch wie jedes andere, nur ein bisschen so komplexer. Alle La Serra-Fans schreien auch. Ja, alle hassen mich. Mich hassen die alle. Was ist die? Ich bin der Hass-Person in diesem Podcast und du bist ja die gute Person in diesem Podcast. Aber ich fand's, also ich war dann im Endeffekt ein bisschen ein Fader-Nachgeschmack für das, was es versprochen hat im Nachhinein. Das ist meine Meinung dazu. Ich hab sonst noch von La Serra CO2 im Spielregal. Das können wir gerne mal spielen. Ich find's ganz cool, aber das ist auch so ein Spiel, da muss man sich reinfuchsen und das ist echt, ja, da muss man, glaube ich, in der Regel drin sein, um das zu spielen. Ich hab auf Kickstarter, da bin ich mal gespannt, wenn das ankommt, da wird jetzt Ende letzten Jahres Mercado de Lisboa. Das ist ein Kennerspiel von Vital La Serra. Das könnte vielleicht für uns interessanter sein. Aber es gibt halt Spiele, die sind für Leute interessanter und für andere Leute nicht. Genau, auf der 22, das komplette Gegenteil von An Mars, haben wir aber auch nicht gespielt. Surprise, es gibt keine Partys, die sind dann nur zu zweit. Es ist auch nicht mehr das Spiel für die aktuelle Zeit, glaube ich. Das wird bestimmt irgendwann nochmal wieder rausgeholt von anderen Leuten. Und zwar Pictures von Daniela und Christian Stöhr, das ist beim PD-Verlag erschienen. Das ist ein Familienpartyspiel für drei bis fünf Personen, dauert ungefähr 30 Minuten, ist auch letztes Jahr Spiel des Jahres geworden. Und da werden es ein bisschen, weiß ich nicht, hat so ein bisschen assoziationsmäßig so, ähnlich wie bei Codenames, würde ich sagen, werden verschiedene Karten, aber auf den Karten sind Bilder in die Mitte gelegt und jede Person hat unterschiedliche Gegenstände. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall so ein Stück Band, ein Stück Schnur ist da drin. Und damit werden dann unterschiedliche Sachen nachgebildet und dann soll man eben gucken, ob man das Richtige, soll man versuchen, das eines der Bilder, was einem zugewiesen wurde, sozusagen nachzubilden. Bestimmt ein tolles Partyspiel. Ich habe schon meine Go-To-Partyspiele irgendwie, deswegen, ich bin immer so ein bisschen so, ja, kauft man sich das jetzt? Weil so Crazy Worlds geht halt irgendwie halt immer so. Also Crazy Worlds ist halt in meinen Augen immer noch mit das lustigste Partyspiel. Es gibt genug, also mit, also es gibt auch noch viele andere Spiele, so hier Kampf gegen der Spießertum, aka Cards Against Humanity, ist auch ein mega Partyspiel, so. Also es gibt in meinen Augen viele Partyspiele, deswegen bin ich bei solchen neuen Partyspielen oft so, weiß ich nicht. Und dann, wenn ich überlege, dass wir an meinem Geburtstag Codenames gespielt haben, ich bin auch nicht so ein Codenames-Fan und man ist schon so halb, liegt schon so halb gefühlt unter dem Tisch und dann soll man auch Codenames spielen, ist halt auch, ja, deswegen so super komplexe Partyspiele, weiß ich nicht, mit Assoziationsdingern. Also es heißt super komplex, aber für besoffenes Ich war das schon bei Codenames schon zu komplex. Ja, Codenames hat glaube ich auch den Problem auf einer Party, dass man eine längere Zeit überlegt. Das ist jetzt nicht so wie, also da gibt es andere Partyspiele, ich bin auch nicht so der Partyspieler. Lucky Lachs. Lucky Lachs ist ein super lustiges Ding, aber keine Ahnung, also. Temple des Schrägens finde ich immer noch super cool. Auch wenn ich, ich weiß nicht, ob das ein Partyspiel ist, das hier so ein bisschen geht ja so in die Werwolf-Richtung, auch wenn ich Temple des Schrägens noch cooler finde auf jeden Fall. Das ist aber auch, also es ist auch immer die Frage, was definierst du als Partyspiel? Als sowas wie, wir spielen jetzt Kings Cup, also das obligatorischste Partyspiel, das ist ja kein richtiges Spiel. Wenn du auch sagst, wir machen jetzt eine, wir sitzen gesellig Abend an Silvester zusammen und spielen Spiele, ist halt sowas wie Crazy Words in meinen Augen halt immer gut so. Und deswegen bin ich bei diesen Partyspielen immer so, ist es nicht auch mehr vom Gleichen, man sitzt in der Gruppe zusammen, muss irgendwas erraten. Man kann auch irgendwie, finde ich, Tabu kann man immer noch super spielen, man kann super irgendwie Quell spielen, man kann, ja, also es ist irgendwie, es gibt so viele Partyspiele, so, die auch irgendwie, oder auch halt das ganze Activity ist auch immer lustig, so, also. In kleinen Runden funktioniert natürlich auch Wizard immer. Wenn man alle das kann, ja. Ja, das ist immer das Problem bei Stichspielen, das stimmt. Ja, Wizard. 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 What's the Wizard? Okay, auf der 21 ist Crystal Palace gelandet von Carsten Laumer, das ist im Deutschen bei Feuerlandspieler erschienen, ist ein Spiel für zwei bis fünf Personen, dauert 90 bis 150 Minuten, ist ein Dice-Placement-Spiel, könnte daher vielleicht für uns auch nochmal interessant sein, es spielt so zur Zeit der ersten Weltausstellung, also 1851. Ist auch ein cooles Thema. Genau, ist ein cooles Thema, das Cover sieht auch echt schick aus, also ich hab's mir einfach nicht geholt, weil es keinen Solo-Modus hat, vielleicht muss ich nochmal bei, ich hab dann noch nicht bei Boardgame-Geek geguckt, ob es da was Cleveres gibt, aber ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, so ein komplexes Dice-Placement-Spiel mit einem coolen Thema, das für uns auf jeden Fall interessant sein könnte. Ja, also wie gesagt, es ist auch kein Spiel, was wir gespielt haben und ich glaube, da kommen jetzt noch ein, zwei, wo wir auch nichts zu sagen können, deswegen werde ich das jetzt mal ein bisschen, wir haben ja auch schon so lange geredet, mal ein bisschen meinen Mut halten und dich mal vorstellen lassen, warum, also wir wollen es auf jeden Fall noch spielen, wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was uns noch in einer, das schauen wir uns mal an. Beim nächsten Spiel, weiß ich gar nicht, bin ich mir gar nicht so sicher, also es ist Tekenio, der Sonnen-Obelist von Daniele Tassini und den Solo-Modus, den hat David Turchi gemacht, das ist bei Giant Rock erschienen, also es ist auch über die Spiele-Schmiede finanziert worden, ist ein Spiel für ein bis vier Personen, dauert 60 bis 120 Minuten, ist auch ein Dice-Placer, auch ein komplexer Dice-Placer, der in Ägypten spielt. Ich muss so lachen, weil ich habe es so gegoogelt, dachte, jetzt spricht man Tekenu aus und jetzt hat es so cool, viel cooler ausgesprochen, als ich dachte so toll, wenn ich das jetzt gut, dass ich das nicht vorlesen muss, dann wäre es so uncool, so Tekenu gewesen. Ja, vom Namen her, es gibt ja ganz viele Spiele, also Zeukin, Teotihuacan oder auch Trismegistus oder Trismegistus, da weiß ich nicht, wie es betont werden soll. Und bei Trismegistus, da hatten wir ein ganz furchtbares Erlebnis und deswegen habe ich da in der Spiele-Schmiede nicht mitgemacht. Bei Tekenu gibt es aber sehr, sehr viel positives Feedback, deswegen also vielleicht... Meinst du, wegen des Autors hast du deswegen sozusagen, weil wir von dem Autor nicht so überzeugt sind? Genau, also ich finde Teotihuacan ganz cool, aber Trismegistus hatten wir ein ganz furchtbares Erlebnis, wo die Regeln von Trismegistus waren auch nicht optimal. Also ich glaube, Trismegistus ist für die richtige Zielgruppe bestimmt ein tolles Spiel. Aber ich habe geweint, war ich so wütend war. Ja, es war sehr frustrierend für dich auf jeden Fall. Ich habe es nicht gelebt auf jeden Fall. Da fanden wir Teotihuacan, finde ich auf jeden Fall besser. Ist auch schöner. Ich finde Trismegistus echt kein schönes Spiel. Aber Tekenu hat, glaube ich, ganz coole Mechaniken. Vielleicht mal anschauen. Also ich glaube, wenn ich es mal irgendwo gebraucht bin, ich kriege, schaue ich es mir vielleicht mal an, aber es ist jetzt nicht so oben auf meiner, oh mein Gott, ich muss es unbedingt spielen-Liste. Ja. Aufer 19 ist auch ein Spiel, was wir nicht gespielt haben. Und zwar Pandemie Legacy Season 0 von Matt Leacock und Rob Daviau. Das ist im Deutschen bei Asmodee erschienen. Spiel für zwei bis vier Personen. Ist ein kooperatives Legacy-Spiel. Da wird so eine Partie 45 bis 60 Minuten. Und auch wenn es ein Pandemiespiel ist, geht es nicht um ein Pandemiespiel, sondern ein Spiel im Kalten Krieg. Also es gibt ja viele andere Pandemiespiele, wie, was haben wir? Letzten haben wir wieder, genau, haben wir Untergang Roms gespielt. Untergang Roms, ja. Untergang Roms, da geht es auch nicht um... Was übrigens sehr cool ist, was wir sehr cool finden. Ja, das ist echt schick. Da gibt es auch, habe ich auf Etsy so coole Holzmipel gefunden. Da kann man die Würfel dann zu ersetzen. Genau. Wir haben noch kein anderes der beiden Legacy-Pandemie-Legacy-Spiele gespielt, wo ich auch, glaube ich, mal sagen würde, wenn das noch mal billig irgendwo ist, dann spielen wir das nochmal. Ja, aber dadurch, dass wir die anderen noch nicht gespielt haben... Pandemie ist halt so Hype. Das ist halt so, wenn man sich überlegt, es gibt halt so ein paar Spiele, ich sag mal sozusagen so Spielefamilien, die man irgendwie kennt, auch als Lichtspieler. So Pandemie gehört in meinen Augen so dazu. Es ist ja zum Beispiel so, wenn du sagst Carcassonne oder sowas, das kennt dann irgendwie jeder und jeder weiß, was damit anzufangen. Irgendwie haben wir noch nie, wir haben noch nie Carcassonne gespielt. Wir haben noch nie Carcassonne zusammen gespielt. Wir sind so edgy. Wir spielen nur die Spiele, die wir nicht kennen. Ich meine, wir haben auch noch nie das Grund-Pandemie-Tereich gespielt. Ja, deswegen, ja. Wir haben ab und zu Pandemie-Die Heilung, das ist das Würfelspiel gespielt. Was ich immer noch ganz cool finde, auch wenn es manchmal sehr zufällig ist. Diese weirden Spritzen zum reinstecken, das war einfach weird. Ja, das Material ist ein bisschen strange, weil es so ein Plastikring ist und da steckt man so eine Spritze rein, das ist ein bisschen suboptimal. Auch an sich, das Würfelspiel finde ich aber eigentlich ganz nett. Ja. Aber, also ich glaube, Pandemie-Legacy, schauen wir uns mal an. Äh, ja. Das ist halt ein Legacy-Spiel, ne? Da kommt ja gleich noch ein Legacy-Spiel, über das wir auch noch reden können. Das stimmt, das stimmt. Dann werden wir mal darüber sprechen, wie wir Legacy-Spiele eigentlich so finden. Genau, Offer 18, da ist jetzt vielleicht großer Aufschrei, dass wir das noch nicht gespielt haben. Da ist nämlich, oder da sind zwei, ein Spiel, weiß nicht, also es ist Brass Lancashire und Birmingham gelandet. Das sind ja die Neuauflage von Kohle aus dem Jahr 2010. Das ist von Martin Wallace ein Spiel. Bei Birmingham haben noch Matt Tolman und Gavin Brown mitgearbeitet. Das Spiel heißt Kohle auf Deutsch? Ja, also, er hatte noch mal ein anderer Teil, aber Brass heißt einfach Kohle. Ich glaube, es hieß auch mal Kohle, das hat auch noch mal einen anderen Namen auf jeden Fall. Er ist auch über die Spiele-Spiele bei Giant Rock erschienen, zwei bis vier Personen, 60 bis 120 Minuten. Ist so ein sehr komplexes, kompetitives Wirtschaftsspiel. Uh, das klingt total nach uns nicht. Genau, ich glaube, dadurch, dass ich diesen sehr kompetitiven Faktor hat es mich nicht so angesprochen. Optisch sieht das schon sehr schick aus. Es gab auch im Rahmen der Kickstarter-Kampagne und auch bei, in der Spiele-Spiele in limitierter Zahl, gab es so Poker-Chips, die sozusagen das Geld oder so ersetzen. Das war schon ziemlich state of the art, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, da es auch sagen würde, wahrscheinlich ein wirklich, wirklich sehr gutes Spiel. Das ist bei Board Game Week auch irgendwie super hoch gelistet, auf jeden Fall wahrscheinlich zu Recht. Aber es ist, glaube ich, nicht das Spiel für uns, auf jeden Fall. Als ich gerade gelesen habe, oberstes Kennerniveau Wirtschaftsspiel, war ich schon ein bisschen raus, muss ich auch sagen. So, hm, hm, hm. Ich bin auch jemand, also da haben wir uns tatsächlich vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten, wenn es um Thematiken geht, so wie wir gerade, weil du es bei Nemesis auch angesprochen hattest, so, wie weit ist das, darf das Thema sozusagen das Spiel bestimmen und wie weit sozusagen sollte das Thema irgendwie sich ansprechen. Und ich bin schon, merke immer mehr, je länger wir das machen, je länger wir spielen gemeinsam, dass ich schon das Thema auch ansprechend finden muss, um zum Beispiel zu einem Spiel sagen zu können, ja, cool, lasse ich mich drauf ein. So, es gibt halt auch Spiele, wo ich dann das Thema sehe und denke mir so, hm, als Beispiel so CO2 auch so, hm, ja, weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so spannend als Thema an sich, so hm. Okay, nee, da bin ich komplett opportunistisch und sage einfach, wenn die Mechanik mir gefällt, da kommen wir bestimmt auch noch auf ein Spiel, wo das Thema auch eher blas, aber die Mechanik mich sehr überzeugt hat. Ja, das stimmt. Genau. Aufer 17 ist endlich wieder ein Spiel, was wir auch gespielt haben, und zwar sehr, sehr häufig, nämlich My City von Rainer Knizia. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es durchgespielt, also, genau, My City von Rainer Knizia ist beim Kosmos Verlag erschienen, zwei bis vier Personen, 30 Minuten, ist ein Familien-Legacy-Spiel, wir puzzeln uns eine Stadt zusammen, ja, und das war es eigentlich auch. Ja, und man beklebt den Spielplan von Runde zu Runde mehr, man schreibt auf den Spielplan auch drauf. Genau. Ich glaube, 15 Szenarien, 14, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Szenarien sind. Auf jeden Fall waren es, glaube ich, sieben oder acht Briefumschläge mit, also, ne, Legacy-Spiel, also, es hat, glaube ich, funktioniert als familienfreundliches Legacy-Spiel, weil die Regeln sehr, sehr easy sind, also, es wird ein bisschen komplexer mit der Zeit. Man lernt es, man wächst quasi mit dem Spiel, also, ich würde sagen, von der Komplexität ist es nicht so, dass man jetzt denkt, so, oh, wow, sondern man wird ja sozusagen von Runde zu Runde auch getragen, definitiv, ja. Also, es hat zumindest dieses Versprechen eines familienfreundliches und sehr zugänglichen Legacy-Spiels erfüllt. Ein Spiel an sich, oh, ich bin überhaupt kein Fan davon. Also, ich mag super gerne Puzzle-Spiele und auch so Stadtbauspiele, keine Ahnung, also, City-Skylines finde ich ganz gut, ich mag Between-Two-Cities super gerne. My City hat mich überhaupt nicht erzeugt. Ich fand es sehr, sehr frustrierend während des Spiels. Also, wir haben das auch relativ zügig durchgespielt. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Nachmittage halt das relativ schnell durchgespielt. Und Rebecca hat eine sehr lange Zeit geführt. Ja. Also, es hat eigentlich einen ganz coolen Mechanismus für die Leute, die eine Partie verlieren. Die bekommen immer einen kleinen Bonus wie Gold oder einen extra Sticker oder so. Du kriegst diese coolen Sticker, genau, ja. Genau. Das war irgendwie schon belohnt, aber trotzdem hatte ich das, ich hatte, es war am Ende nicht so, also, es war am Ende relativ knapp. Du hast gewonnen, diese Kampagne. Ja, aber es war super knapp. Es war super knapp. Aber ich hatte während des Spiels gefühlt bei, also, ich weiß nicht, von den fünf Sympathien habe ich, glaube ich, zwei oder drei gewonnen. Ja. Und das war auch weird, dass ich dann eigentlich nicht so krass gewonnen habe, obwohl ich fast alles gewonnen habe. Genau. Aber es war für mich ein unglaublich frustrierendes Erlebnis, weil ich gedacht habe, so, na, 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 na. Und, ja, das war sehr frustrierend für mich auf jeden Fall. Kann ich nachvollziehen. Ich fand, also, ich fand es eigentlich auch an sich ein cooles Spiel. Ich fand es nur, also, ich fand die Endszenarien oder am Schluss sozusagen war es so ein bisschen, jetzt kommt da noch ein Bahnhof unten drunter und jetzt kommt da noch das hin. Und das war so, ja, aber, und vor allen Dingen, du musst ja irgendwann sozusagen bestimmte Gebäude upgraden oder rausnehmen. Und das war so, man kann im Endeffekt komplett random entscheiden, welches Gebäude man rausnimmt. Aber man merkt schon, dass, da hast du zum Beispiel manchmal oft die cleverere Entscheidung getroffen durch Glück, welche du upgradet hast. Und das war so ein bisschen dann für mich zum Beispiel dann der Moment, wo ich eine Frustration verspürt habe, weil man sozusagen, toll, jetzt habe ich das Gebäude, jetzt muss ich das einherziehen. Das ist so ein Kackgebäude, weil ich wusste nicht, dass man nur eins aufwerten kann und danach keins mehr oder irgendwie sowas. Ich finde, da ist dieses Familienfreundlichkeit dann so ein bisschen weg, weil diese Frustration sich durch mehrere Runden wirklich durchzieht. Was cool ist, ist, dass immer noch drei oder vier Szenarien sind, also jetzt kommt alles quasi, vergesst alles, was ihr sozusagen vorher gemacht habt, wir machen was Neues. Das finde ich cool, weil das auch sozusagen auf Null setzt, diesen Aspekt. Aber, ja, also ich kann es auf jeden Fall, also, ich fand es auch nicht so, also ich fand es auch nicht so prickelnd. Man kann es ja danach noch spielen, was wir einfach nicht gemacht haben, weil es war wirklich so, okay, wir haben es jetzt durchgespielt. Also ich wollte es auch durchspielen, weil sozusagen das volle Erlebnis zu haben, aber danach wirklich auch so, okay, kann weg. Ja, ja. Und was ich super nicht verstehe, also Michael Menzel hat das illustriert, der eigentlich super schöne Sachen macht und auch der Plan das irgendwie ganz stimmungsvoll gemacht, aber die Gebäudeplättchen sind auf so einem grauen Hintergrund und das sieht wirklich nicht schön aus. Das verstehe ich nicht. Wenn man die draufpuzzle, sieht es nicht als Gesamtbild am Schluss sozusagen nicht schön aus, ja. Ja, das ist echt nicht so schick, das stimmt. Und ich bin, also, und ich finde natürlich Legacy mit draufkleben, finde ich cool, ich finde aber auf einen Plan draufschreiben nicht cool, muss ich auch sagen. Ach, das ist ein ganz strangiges Gefühl gewesen. Genau, ja, ich finde das, also, das kommt ja auch sozusagen eine persönliche Sache dabei, wenn man was mit dem Sticker beklebt, ja, aber ich finde etwas mit einem Kulli, auch vor allem etwas, wo man dann keinen Kulli bricht, ich nutze es mir, weil die Oberfläche so blöd ist, es sieht immer irgendwie doof aus. Ja. Ja, finde ich, und das tatsächlich aber auch leider, muss man auch sagen, manche Kästchen oben links war ja dieses Minenfeld, wo man irgendwie so Gold aufkleben konnte und da waren die Sticker zu klein oder zu groß für die Felder. Das fand ich auch ein bisschen dann vom Material her nicht so cool, ja. Hat uns nicht wirklich überzeugt. Also, ist in Ordnung, aber... Vielleicht ist das aber ja ein Anstoß, dass nochmal ein anderes familienfreundliches Legacy-Spiel kommt. Ja, also die Idee finde ich auch richtig cool, definitiv. Es gibt jetzt tatsächlich, das ist auch nicht so für uns, aber es gibt jetzt mit Zombie Kids Evolution ein Kinder-Legacy-Spiel, wo halt irgendwie Kinder in der Schule sind, glaube ich, und von Zombies überran sind. Es gibt auch inzwischen einen Fortsetzern, Fortsetzern, Zombie Teens Evolution. Ja, also da gibt es schon sozusagen ein Kinder-Legacy-Spiel, ja, wer weiß, was da noch kommt. Finde ich an sich ja cool, weil auch diese ganzen, wir zerstören ein Spiel-Spiel, im Endeffekt ja irgendwie auch durch die ganzen Exit-Games, die ja auch irgendwie mittendrin quasi sind. Ich bin aber auch nicht so ein Freund von Mr. Standard-Spiel-Spiel, weil es einfach, also da bin ich dann auch jetzt so ein bisschen die Öko-Tante, aber es ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Kann man auch, es gibt auch viele Spiele, auch wir haben ja auch bei den Roll'n'Ride-Spiele gehabt, wo man was wegwischen kann, was übermalen, was wieder wegwischen. Das finde ich ja so furchtbar. Das ist blöd, aber es ist im Endeffekt, aber dann versteht man das Spiel halt nicht, weil danach kannst du es im Endeffekt wegschmeißen. Du kannst es ja nicht normal, also du kannst es dann normal finden, aber so, lass es halt. Du kannst es nicht mal weiterverkaufen, nix. Deswegen, da bin ich dann ganz Öko-Tante, also ich sage so, an sich. Aufer 16 ist ein Expertenspiel gelandet, und zwar Maracaibo, oder Maracaibo, da weiß ich auch nicht genau, wie man das ausspricht, von Alexander Pfister, das ist bei DLP Games, erschienen ist ein Spiel für ein bis vier Personen, eine Partie dauert ungefähr 120 Minuten, und da schippern wir über die Karibik und können uns irgendwie die Gunst von unterschiedlichen Nationen erlangen, und das haben wir noch nicht gespielt. Wir haben es aber schon aufgebaut. Wir hatten es schon aufgebaut, steht in meinem Regal, das muss ich auch unbedingt spielen, weil ich glaube, das ist ganz cool, auf jeden Fall gibt es, also, das kriege ich schon sehr, sehr viele Lorbeeren, auf jeden Fall. Das haben wir bis jetzt einfach noch zeitlich und so mentalitätsmäßig, also ich finde, man muss manchmal auch so im Mood sein für so Spiele, also wenn ich irgendwie so abends in der Woche, da hole ich jetzt nicht unbedingt ein Fest für Odin oder Allerde raus, sondern dann ist es mal ganz nett, irgendwie was Kleineres zu spielen. Ich glaube, das war bis jetzt bei Maracaibo oder Maracaibo der Fall. Beziehungsweise, es war in so einem Moment, wo wir, glaube ich, vorher auch schon ein komplexes Spiel neu gelernt haben zusammen, oder du hattest nur einmal die Probepartie gespielt und danach war nochmal das, was du dann irgendwie gar nicht kanntest, und dann ist es immer so, das heißt, wir hatten noch nicht den richtigen Moment einfach, dass wir sagen, das ist heute das eine Kennerspiel, was wir jetzt lernen. Ob es das so, wir spielen ein Kennerspiel am Abend und dann noch so ein paar kleine Spiele drumherum, die wir schon kennen oder die Johannes schon kennt, und dann war es einfach nicht der Moment dafür. Das ist auch noch gar nicht so lange her, mit drei, vier Wochen oder so. Aber das wird auf jeden Fall gespielt. Also da bin ich auf jeden Fall, ich bin auch erstmal ganz optimistisch, dass das ein sehr gutes Spiel ist. Das ist, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auf Platz 15, auch wieder ein ziemlich komplexes Spiel, ist Praga Kaputregni von Wladimir Suchi gelandet. Das ist bei Delicious Games erschienen. Erstmal nur auf Englisch, aber kommt jetzt, glaube ich, die nächsten Monate auch auf Deutsch. Das ist ein Spiel für ein bis vier Personen. Eine Partie dauert so 45 bis 150 Minuten, also ich glaube, wie viele Leute da mitspielen. Und das ist so ein, ja, klassisches Eurogame, ne, Wladimir Suchi ist der Autor von Underwater Cities auch. Und da bauen wir im Auftrag des damaligen Königs, ich weiß nicht genau, wann das spielt gerade. 1700 irgendwas oder so, ja. Auf jeden Fall, wir bauen die Stadt Prag wieder auf mit Eiern. Ja, wir können an der Prager Brücke bauen und da wurde damals wohl scheinbar tatsächlich, ich weiß nicht, ob das historisch belegt ist, aber angeblich wurden statt hier Mörtel wurden Eier sozusagen als, wie sagt man? Eierschalen, als Kit für die Brücke benutzt, genau. Und das haben wir gespielt. Ja, das haben wir gespielt. Und es kommt Aja drin vor, was halt schon hart lustig ist, weil das ist so ein, ich frage mich immer bei ungewöhnliche Spielressourcen erstmal, weil man oft dann doch die gleichen, sogar die gleichen geschnitzten Holzdinger hat, die alle gleich aussehen. Deswegen, das war schon cool. Es ist halt, ich weiß nicht, was wir jetzt aufgebaut haben, mit diesem Drehrad, das man hat, wo der Würfel sozusagen immer an die Aussperrung reinfällt, man weiß dann sozusagen, wann die Runde vorbei ist und auch diese Tribüne oder dieses sozusagen, das, was oben links steht, dieses Holz... Also das ist haptisch oder auf jeden Fall richtig fancy. Aber es ist auch ein bisschen übertrieben. Also es ist halt ein nettes Gimmick, aber es ist übertrieben. Aber an sich ist das, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel. Wir beide, glaube ich, mögen ein Spiel, wo man viele Möglichkeiten hat und ich finde, das ist auch ein Spiel, zum Beispiel im Verhältnis zu Uwe Rosenberg spielt man auch tausend Möglichkeiten, aber dann nur drei Züge, wo man komplett planen muss, was man jetzt in die nächsten 48 Aktionen vorausplanen, wenn man nur genau diese Züge hat, finde ich immer Spiele cool, wo man viel Freiheit hat und machen kann, was man will und seinen eigenen Weg so finden kann und das ist aber auch ein bisschen verzeiht. Also das ist halt eine Sache so, dass du viel machen kannst und es verzeiht, aber wenn du einen Fehler machst, das finde ich cool. Praga Kaput Riepen ist auf jeden Fall super belohnt. Also egal, was du magst, du kriegst gefühlt Milliarden Boni. Das ist, glaube ich, man muss auch krass aufpassen, dass man irgendwie an alle Boni denkt. Das habe ich zumindest ein paar Mal gehört, weil du machst das und dann kriegst du noch die Ressource und dann kriegst du das und dann kannst du das noch machen und hast eventuell noch, man kann so Fenster einsammeln, dann kannst du dir noch eine extra Aktion machen und das ist auf jeden Fall ein total tolles Spielgefühl. Ja, auf jeden Fall. Und ja, eigentlich, also es ist schon relativ knapp, weil es geht nicht lange und man hat nicht so viele Aktionen, aber es fühlt sich nicht mangelig an. Und du kannst auch auf tausend verschiedene Arten Punkte machen und gewinnen. Also zum Beispiel, ich weiß mal, dass du bei diesem Weg sozusagen viel weiter vor warst und auch unten bei den Städten, aber ich habe dann zum Beispiel auf dieser Tribüne halt dann irgendwie Glück gehabt. Ich glaube, ich habe richtig, richtig viele Punkte gemacht auf dieser Tribüne nur. Und man kann, ich finde es immer cool, wenn man jeder sozusagen seinen eigenen Weg finden kann, wie man Punkte macht. Und das ist auch, finde ich, eine coole, auf jeden Fall bei dem Spiel sehr, sehr gut umgesetzt, definitiv, ja. Ja, und ich mag diese Optik, es hat so ein bisschen, finde ich aus wie so ein Wimmelbild. Das sieht echt ganz, ganz knuffig aus. Und, also, ne, das Material ist ganz cool, aber es ist super preiswert. Ich glaube, es kostet 40 Euro. Und dafür, was da alles drin ist mit diesen 3D-Tribünen und diesen Rädchen, dann auch die Spielertableaus, die sind tatsächlich auch ganz cool, weil die auch so... Auch so einsparen haben. ...double layered sind sozusagen. Und auch da, also, super coole Ideen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, ja. Ja, auch eine Sache, die ich auch super loben würde, auch bei Spielen generell, die wir spielen. Wenn du ein eigenes Spielertableau hast, wo du auch noch sozusagen deine eigenen Charakter oder deine eigenen Möglichkeiten aufwerten kannst. Auch eine super coole Sache. Und bei Praka-Budriten, die auf jeden Fall gut gelöst, finde ich auch sehr gut, ja. Ja, voll. Ich würde auch, glaube ich, sagen, es ist das bessere Spiel als Underwater Cities. Auch wenn nicht Underwater Cities deutlich häufiger spielen und, glaube ich, eher noch rauskommen. Du hast auch ein bisschen Fan-Girl momentan. Underwater Cities finde ich richtig, richtig cool. Also, ja, das ist schon... Na, ich... Das finde ich richtig, richtig gut. Da bin ich schon auf jeden Fall großer Fan von. Genau. Auf der 14, wir bleiben bei den richtig, richtig komplexen Spielen, ist Cooper Island von Andreas Odendahl gelandet. Das ist bei Frosted Games Elfien. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Personen. Es gibt irgendwie so eine kleine Solo-Variante, in der man gegen den Hund Cooper antritt. Die habe ich aber, also, habe ich nicht ausprobiert. Wir haben das Spiel auch noch nicht gespielt. Es dauert so eine Partie 60 bis 120 Minuten. Und das, ich habe das letztens noch mal auf Twitter gelesen, ist, glaube ich, so ein... Das ist so ein richtiger Brain-Burner. Also, das ist so ein richtig, richtig Expertenspiel. Workerplace mit Ressourcenmanagement. Man puzzelt, man kann sich auch irgendwie so die... So eine Halbinsel zusammen puzzeln. Und... Da habe ich auch gedacht, das ist wahrscheinlich ein richtig, richtig coole Spiel. Das ist bestimmt sehr gut verzahnt. Und das wird, ne, auf Platz 14 wird es ja nicht ohne Grund sein. Das werden sehr, sehr viele Leute haben das genannt. Aber, glaube ich, null ein Spiel für mich. Also, ich mag komplexe Spiele, auch wo ich nachdenken muss. Aber ich glaube, Cooper Island ist so ein Spiel, du machst einen Fehler und wahrscheinlich bist du raus. Ja. Da musst du schon ganz konkret immer einen Plan haben. Ja. Ja. Also, das ist, glaube ich, so ein Spiel für Leute, die das mehrmals so richtig... Die so richtig Bock haben auf so richtig krasse Expertenspiele. Und die das dann auch irgendwie zehnmal gespielt haben. Und dann wirklich auch vorplanten. Ich bin ja voll der Bauchspieler. Ich mache so, oh, ich mache das, ich mache das. Und trotzdem gewinnt er immer. Es ist so unfair. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Auch Prager kaputt regnet. Ja, Rebecca... Nee, habe ich nicht gewonnen. Das hast du deutlich gewonnen. Aber nur wegen diesen komischen Dinger da oben. Wegen komischen Dinger. Aus Glück, weil ich das gar nicht wusste, dass das irgendwie auch so krass viele Punkte bringt. Ja. Also, Cooper Island ist, glaube ich, nicht das Spiel für uns. Nee, glaube ich auch nicht. Aber, glaube ich, ein krasses Expertenspiel. Ja. Für Leute, die darauf stehen auf jeden Fall. Ja. So, jetzt kommt ein weiteres, richtig komplexes Spiel. Und ich finde es sehr schön, dass es auf der Nummer 13 ist. Und zwar Bonfire von... Du hättest es doch viel höher gewünscht. Gibt es das? Ich hätte es viel höher gewünscht. Es ist ein Spiel von Stefan Feld. Es ist bei Horror Games erschienen. Ein bis vier Spielerinnen und Spieler. Eine Partie, 70 bis 100 Minuten. Auch wenn ich sagen würde, Solo kann man ja schneller spielen. Ist ein sehr mechanisches Strategiespiel. Es geht, thematisch geht es irgendwie so darum, dass wir Gnome sind und die titelgebenden Bonfire sind erloschen. Und jetzt versuchen wir die wieder zum Erleuchten zu bringen. Ja. Das war, glaube ich, ich glaube, das war eins der Spiele, wo am häufigsten von mir der Laut zu hören war. Weil ich wollte irgendwas machen und dachte mir, das darfst du nicht machen. Du musstest so... Ich hatte tausend Strategien in diesem Game und ich konnte sie irgendwie nicht durchziehen, weil... Nicht, weil ich zu blöd war, aber wir haben es nicht erklärt, sondern weil ich viele Sachen, glaube ich... Weil es halt sozusagen, man darf nur von links nach rechts gehen. Man darf dann aber manche Sachen, darfst du doch springen auf deinem eigenen Tableau mit diesen Göttern. Dann die Insel, zu denen du fahren darfst. Das geht nur, wenn du das und das alles hast. Und das ist auch so ein Spiel, wo man... Das, glaube ich, man fünf, sechs, sieben Mal spielen muss, um da erstmal zu checken, was geht und in welcher Reihenfolge man vielleicht was machen sollte. Und es war dann immer so... Toll, jetzt kann ich wieder nicht machen. Toll. Und das ist so was, wo ich dann immer sehr schleicht, dass ich nicht frustriert bin bei sowas. Man kann auf jeden Fall super viel machen. Also man kann super viele Sachen machen und man braucht, glaube ich, echt... Vielleicht braucht man da echt ein Partien, um wirklich zu überlegen, warum mache ich jetzt Dinge. Warum fahre ich mit dem Schiff dahin? Was bringen mir die Güterinnen? Was bringen mir diese komischen Wegeplättchen und wie, wo, was? Was aber echt cool an dem Spiel ist. Ich bin ja sehr großer Fan von den Illustrationen von Dennis Lohhausen. Also ich mag diese Optik. Das hat also was Mystisches. Die Ikonografie ist wirklich unglaublich gut. Also dadurch die Regeln auch... Also da hat Hall Games so Redakteurarbeit... Das sind unglaublich gut geschriebene Regeln auf jeden Fall für so ein komplexes Spiel. Und die Ikonografie unterstützt das. Also auch auf den eigenen Tableaus sieht man nochmal, was man alles machen kann. Genau, das ist auf jeden Fall ganz cool. Also ich finde das richtig, richtig cool. Das ist ein... In einem anderen Podcast wurde das... Bei den Predagogen, glaube ich, wurde das als so Doku ein bisschen beschrieben. Und das ist ein... Es ist schon so ein Puzzle-Game, wo man für sich selber so ein bisschen hin und her puzzelt. Und das kann man negativ sehen. Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Ich finde das richtig cool. Also viele finden das ein bisschen unthematisch oder aufgesetzte Thematik. Also ich glaube, es war bei der Entwicklung auch ein anderes Spiel. Aber es sind, glaube ich, viele Stefan-Fan-Spiele. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin ein riesiger Fan von Bonfire. Ich mag das total. Auch Solo kann man das toll spielen mit so einem sehr simplen Automa. Es gibt auf der Seite von Hall Games noch, glaube ich, insgesamt sechs Herausforderungen, die man irgendwie Solo spielen kann. Das ist ganz... Das ist super cool. Ich bin richtig in Love mit dem Spiel auf jeden Fall. Ich mag das Spiel Orakel von Delphi. Finde ich ein super Spiel. Mir ist sehr, sehr gut gefallen. Aber Bonfire hat mich einfach nicht abgeholt. Ich glaube, es gibt viele Spiele, die ich auch himmelhoch verliere oder wo ich dann überhaupt keinen Schnall habe, was ich machen soll. Bestes Beispiel. Aktuell ist es, glaube ich, Pharaon zum Beispiel. Wo ich... Oder jetzt... Das haben wir letztes Mal noch gespielt. Ach, Namen vergessen. Ist auch nicht so relevant. Wir gehen bei Pharaon aus. Wo ich auch keinen Schnall hatte, was ich machen soll und deswegen auch auch so verloren habe. Aber das war bei Bonfire war dieser Wiederspielreiz für mich in dem Effekt nicht so da. Es war nicht so dieses... Ich habe jetzt beim ersten Mal... Habe ich jetzt irgendwie... Wusste nicht, was ich machen sollte. Sondern es war dann nicht... Und es war nicht dieses dabei, aber ich probiere es nochmal. Ich will es... Ich will mich verbessern. Ich will es nochmal machen. Sondern es war so... Ne... Ne... Weiß ich nicht. Ne. Es war halt so ein kleiner Mechanismus dabei von einem... Von einem... Von einer Frustration. Und das finde ich immer blöd, wenn ein Spiel dich frustriert. So. Da habe ich dann auch keine Lust mehr, das weiterzuspielen. Einfach weil es so viele gute Spiele gibt. Darum soll ich mich frustrieren lassen. Diesmal möchte ich es aber jetzt hier nicht negativ werden lassen. Ich bin ein riesiger Fan von dem Spiel. Spielt das? Zweite Auflage ist jetzt glaube ich auch wieder raus. Es ist auf jeden Fall... Ja, es spielt das auf jeden Fall. Es ist aber auch nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Spiel. Aber ich erkenne an, dass es ein gutes Spiel ist, aber es ist nicht mein Spiel. Und ich finde auch, dass du auf jeden Fall das empfehlen solltest, weil es ist ein gutes Spiel, aber es ist einfach nicht mein Spiel. Aber das Schöne ist, auf Platz 12 ist ein Spiel, was wir beide sehr toll finden. Katz! Genau. Es ist die Insel der Katzen von Frank West. Ist im Deutschen bei Skellig Games erschienen. Für ein bis vier Spielerinnen und Spieler. Es gibt eine Erweiterung für fünf bis sechs Personen. 60 bis 90 Minuten, auch wenn das glaube ich erfahrene Spielerinnen auch schneller auf jeden Fall spielen. Aus fast allen Spielen. Ich höre zum ersten Mal teilweise diese Minutenangaben und denke mir so... Also wir spielen die Spiele... Also es gibt kaum Spiele, die wir über eine Stunde spielen. Also kaum. Aber wir sind ja auch nicht so die Rühre-Leute. Nee, ich spiele auch beide aus dem Bauch raus. Genau, das ist ein Puzzlespiel, aber nicht so ein simples... Es gibt ja viele simple Puzzlespiele. Nova Luna My City. Das ist, würde ich sagen, eher so ein bisschen komplexer durch den Drafting-Aspekt. Und wir haben ein Boot, die auch super schön gestaltet sind. Und da puzzeln wir uns Katzen. Denn wir wollen von der Insel der Katzen möglichst viele Katzen retten. Bis der böse Lord Haram, ich weiß seinen Namen nicht mehr... Ja, der böse Lord. Der böse Lord sich die Katzen schnappt. Ja. Ich bin jetzt schon gewonnen, aber jetzt einfach bei Katzen. Ich liebe Katzen. Und ich finde es auch ein sehr schönes Spiel, was ich... Ich finde es eine schöne Idee mit diesem Puzzle und so viel Katzen... Ich finde es sehr thematisch, so viele Katzen haben halt Platz sozusagen auf dem Boot und so viel kann man mitnehmen. Und die dürfen natürlich nicht sich... Man muss die irgendwie zusammen in ihre Gruppen lassen und so... Ich finde es sehr, sehr schön. Also sehr thematisch und auch ein sehr schönes Puzzlespiel. Du liebst ja Puzzlespiele. Und bei Insel der Katzen kann ich definitiv deine Leidenschaft teilen mit dem Genre sozusagen. Ja, und das wird halt dadurch nochmal interessant, dass man sich, bevor es in der Runde ans Puzzlen geht, draften wir uns ja so Karten und mit den Karten können wir uns nochmal irgendwie Schätze sammeln. Oder halt kriegen wir erst Körbe, mit denen wir dann die Katzen sammeln können. Aber auch so Lektionen, durch die wir eigentlich erst richtig gewährt... Also wir kriegen auch Punkte für eine bestimmte Anzahl an gleich vielen Katzen und sowas. Aber vor allem durch so Lektionen, die dann bestimmte Aufträge sozusagen sind, bekommen wir nochmal ordentlich Punkte. Und dadurch gewinnt es auf jeden Fall nochmal extrem. Es gibt auch eine Familienspielvariante, die wir aber noch nicht gespielt haben. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles, komplexeres Puzzlespiel. Vielleicht so die Lücke zwischen simplen Sachen wie Nova Luna und komplexes Puzzlespiel aktuell war wahrscheinlich so ein Fest für Odin. Ist so Insel der Katzen so ein bisschen dazwischen. Auch wenn ich, ist so ein bisschen unterm Radar The Grand Carnival, das ist auch letztes Jahr ausgekommen, das war ein Kickstarter. Finde ich nochmal cooler. Oder Magnificent auch richtig cool. Stimmt, Magnificent hat auch einen Puzzle-Aspekt. Genau, aber es ist nicht ein reines Puzzle-Ding, aber es hat auf jeden Fall auch Puzzle-Aspekt. Aber es ist ein Spiel, das wir beide mögen. Ja, das stimmt. Auf Platz 11, da sind wir uns auch einig, glaube ich, da ist Palio gelandet von Peter Rustemeyer. Das ist bei Hans im Glück erschienen für ein bis vier Personen. Eine Partie dauert 45 bis 60 Minuten. Oder schneller, wenn man stirbt. Wenn man richtig versagt. Und das ist ein kooperatives Abenteuerspiel in der Steinzeit. Ja. Und wir lieben es, glaube ich, beide. Also ich liebe es sehr, du liebst es, glaube ich, auch. Das Einzige, was man mit dem Negativen mal anmessigt, um dann positiv zu enden. Es ist schon sehr glücksabhängig. Es hat schon einen kleinen Glücksaspekt drin, der einen dann auch zum Scheitern, also man kann auch hart scheitern, wirklich. Also man kann richtig auf die Schnauze fliegen. Aber trotzdem ist es ein Spiel, in dem wir uns sozusagen eine Gruppe an Steinzeitmenschen, Urzeitmenschen, Homo sapiens zusammenführen. Ich weiß gar nicht, ob das schon Homo sapiens sind. Aber wir sind doch Homo sapiens sapiens. Ja, aber vielleicht sind das auch Neandertaler. Oder es gibt ja diverseste Zwischen. Ich weiß nicht. Homo erectus. Ich weiß nicht, auf welcher Stufe das bei Palio spielt. Auf jeden Fall sind wir in der Steinzeit und sind Menschen, aber schon die... Wir benutzen schon Werkzeuge. Wir können schon greifen. Und Werkzeuge, wir sind schon nicht mehr Affen. Und es geht darum, dass man... Genau, man hat sozusagen einen Kartenstapel, der jede Runde sozusagen... Man spielt mehrere Runden und jede Runde sozusagen mehrere Tage. Und in jeder Runde sozusagen wird dieser Kartenstapel neu gemischt und neu ausgeteilt. Und dann hat man sozusagen immer die Möglichkeit, Karten aus den obersten drei Karten verdeckt, eine auszubilden und auszuspielen. Und dann muss man den darauf... Oder kann den darauf abgebildeten Effekt machen, indem man zum Beispiel irgendwie einen Baum fällt, das auch sehr thematisch ist, und dann halt Holz bekommt. Oder man erlegt ein Tier und bekommt Fleisch. Und genau, man muss da sozusagen immer bestimmte Aufgaben erfüllen. Wenn man die nicht erfüllt am Ende eines Tages, wenn die Kartenstapel leergespielt sind, kriegt man einen Totenkopf, wenn man fünf Totenköpfe hat, ist man tot. Und es ist eben ein kooperatives Spiel, wie du es auch schon gesagt hast. Und es hängt so ein bisschen immer davon, man kann sich gegenseitig helfen, und man muss aber sozusagen trotzdem auch selbst Sachen erfüllen, um Karten erspielen zu können oder ähnliches. Und das ist schon eine coole Sache, obwohl oft manchmal Glück, wenn man die passenden Fähigkeiten nicht hat in seiner Gruppe, dann ist es manchmal schon Glück, wenn man Karten hat, die in diese Fähigkeiten reinspielen oder sozusagen gegen diese Fähigkeiten spielen. Aber an sich ist es schon ein taktisches Spiel, wo man aber viel miteinander kommunizieren kann und auf jeden Fall auch, finde ich, eine kleine Strategie entwickeln kann. Ein schönes Familienspiel auch in meinen Augen, also ein gehobeneres Familienspiel. Wahrscheinlich für die Jury eher Kenner-Spiel, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie... Also vielleicht auch ein Nachteil an dem Spiel, das dauert ein bisschen Aufbauzeit, weil es sehr, sehr viele Plättchen hat. Aber dafür hat es so coole 3D-Elemente, die auch... Es sind super unnötig, aber es ist cool, dass sie dabei sind. Und es gibt zwei Regelbücher, wo man am Anfang, finde ich, sehr nochmal hin und her blättern muss. Wenn man das drin hat, dann geht das auf jeden Fall voll. Und es gibt... Ich weiß gar nicht, wie viel... Also es gibt unterschiedliche Level, die auch immer schwieriger werden. Und dann gibt es auch unterschiedliche Kartenstapel, was super cool ist, die man theoretisch dann, wenn man die Level durch hat, haben wir noch lange nicht durch. Aber manche schaffen wir auf jeden Fall noch. Kann man die auch noch sozusagen miteinander kombinieren. Und das ist auf jeden Fall cool. Und ja, es ist sehr kommunikativ auf jeden Fall. Wir müssen uns krass miteinander absprechen. Okay, du hast da ganz viel Werkzeugskill und ich habe aber eher hier die Waffenskills. Nee, Waffenskills ist es nicht. Also Speere. Also Speere. Das heißt, ich kann eher Tiere fangen. Da müssen wir überlegen, wer was macht. Und wie unterstützen wir das? Und wie erfüllen wir wann welche Ziele? Und dann gibt es noch Traumkarten. Und wir können uns selber Werkzeuge craften. Und dann können wir uns irgendwie ein Speer craften. Und dann haben wir dauerhaft so ein Speer-Symbol, womit wir fangen können. Oder Fackeln. Fackeln sind super wichtig. Ja. Das ist super wichtig. Ja, weil Feuer brauchst du. Genau. Auch optisch finde ich das super gelungen. Ja. Das ist ein super schönes, gehobenes Familienspiel. Und es ist halt auch auf jeden Fall, ich finde es total schön, es ist super thematisch, weil auch sozusagen vom ersten Level an erleben wir auch eine Geschichte mit unseren Menschen. Und sozusagen, dann gibt es irgendwie eine Gefahr, man muss dann mit Wölfen kämpfen, dann gibt es Schnee, der erste Schnee, den man irgendwie erlebt gemeinsam. Also es ist schon eine Evolution zu erkennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann mehr von Level zu Level, man muss mehr tun, die Gruppe wächst. Das finde ich irgendwie sehr schön thematisch. Und was ich auch sagen kann, es ist sehr freundlich für Nichtspieler. Also es ist ein Spiel, was man mit Nichtspielern spielen kann, weil es kein Stichmechanismus, kein Mechanismus, also es hat keine krassen Mechanismen, die man als Nichtspieler nicht versteht. Und deswegen ist es für mich auch so positiv, weil man es, ich finde Spiele immer toll, die man, wo alle, die nicht spielverrückt sind, so wie wir beide, wo ich nicht sozusagen hierher kommen muss, um mit dir das Spiel zu spielen, weil ich sonst mit niemandem spielen kann. Das Spiel schläuft mir bei mir im Regal, ich kann es mit jedem spielen, der kommt, weil es ist eine schöne, ja, eine schöne Einsteigerfreundliche Spielvariante oder Spielart und das finde ich immer sehr, sehr positiv. Ja, voll. Ja. Ein sehr schönes Koop-Spiel. Aufer 10, vielleicht wird, glaube ich, von vielen Schulen gehandelt als Spiel des Jahres 2021. Mikro Makro Crime City von Johannes Sich ist bei der Edition Spielwiese erschienen, ist ein kooperatives Krimi-Windelbildspiel für ein bis vier Leute. Eine Partie dauert 15 bis 45 Minuten, auch wenn ich, glaube ich, sagen würde, also... Was definierst du als Partie? Ja, genau, also, ne, Krimi-Windelbildspiel, es gibt so einen riesigen Spielplan, wo die Spielerinnen und Spieler unterschiedliche Fälle lösen müssen und ich habe es noch nicht gespielt, ich habe nur diesen Promofile, den es auf der Website gibt und den habe ich, glaube ich, in fünf, sechs Minuten gelöst. Das ist das einzige Spiel auf der Liste, was ich gespielt habe und du nicht. Das ist auch so verrückt. Und, ähm, ja, es ist, ähm, wie du es gerade schon sagtest, man hat eine riesige Karte und jeder hängt dann über diesem Tisch. Es ist, wenn man es mit mehreren Leuten spielt, jeder hängt über diesem Tisch und man sucht Figürchen und versucht halt Krimi-Fälle aufzuklären, indem man ist eine riesige Stadt abgebildet und man versucht sozusagen dem Täter durch die Stadt zu folgen und anhand seiner verschiedenen Stationen, wo er stehen bleibt oder wo er aussteigt oder etwas passiert, etwas zu essen holt. Es sind ganz viele Fälle mit Essens, ganz viele Essens, so wie das herkommt. Da hat Johannes sich irgendwie so eine, so sehr Bock auf Essen. Und, ähm, man sozusagen versucht dann eben auf dieser Karte diesen Täter nachzuverfolgen, die Tat halt aufzuklären und, ähm, ja, für erwachsene Leute ist es fast schon unterfordern. Es ist einfach eine coole Sache, dass man über diesen Plan halt guckt und auf diesen Plan so viel entdecken kann, aber vom Spielmechanischen ist es für Erwachsene sehr unterkomplex. Mit Kindern ist es, glaube ich, ziemlich cool, weil Kinder halt viel entdecken können. Man kann es vielleicht sogar an die, an die Wand irgendwo hängen auf Kinderaugenhöhe und dann kann man dann auch besser irgendwie dran gucken, dran lang gehen. Auch wenn da gesagt worden ist, ich weiß ja nicht, wie die Fälle sind, aber einige sind vielleicht ein bisschen morbide. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwann geht es auch mal zu einer Prostituierten oder sowas. Und da ist die Frage, hat man Lust, das mit Kindern zu erklären? Ja, gut, ja. Das ist ja auch mal ein Totschlag. Also im Endeffekt, es gibt ein Fall, wo ein anderer, also jemand... Ich weiß nicht, wie du spoilern willst oder... Also beziehungsweise, ich versuche es mal spoilerfrei, aber es gibt auch Fälle, wo der Täter aus sehr niederen Beweggründen, sagen wir es mal so, seinen Opfer umbringt und einfach nur gefühlt, weil er einen schlechten Tag hat, dann jemanden umlegt oder so. Und das ist halt so schon... Also es ist halt sehr morbide, es ist dadurch aber eben auch sehr over the top. Also, ja, also wenn man sagt, mit der Prostituierten... Die Optik ist ja auch sehr niedlich. Also es ist ja sehr abstrakt durch diese schwarz-weiße Comic-Tier-Optik. Ja, alles so wie Tierköpfe oder Fantasieköpfe. Das sind keine Menschenköpfe in dem Sinne, ja. Aber der Verlag ist sich dessen auch bewusst... Also es wurde schon zweiter Teil angekündigt, der dieses Jahr erscheinen soll. Und ich glaube, so wie das rüberkam, sind die sich auch bewusst, dass sie eventuell... Ich weiß nicht, ob es extra für Kinder oder es soll zumindest zugänglicher sein für Kinder auf jeden Fall. Ja, cooles Krimi-Spiel insgesamt, oder? Definitiv. Ich würde nochmal darauf... Du es gerade vorhin sagtest mit diesen 15 bis 45 Minuten, glaube ich, ne? Ja, also es ist halt auf jeden Fall ein cooles Krimi-Spiel. Aber ein Fall dauert halt, wenn du sehr gewieft bist und irgendwie mit mehreren Leuten spielst, dann hast du den in zwei Minuten, zwei, drei Minuten. Das heißt, das sind zehn Kampagnen, glaube ich, oder zehn Fälle. Das heißt, du spielst das ganze Spiel als Erwachsener in einer halben Stunde durch. Und dafür ist es halt einfach ein bisschen, in Anführungsstrichen, zu wenig. Also natürlich, wenn es den zweiten Teil gibt, aber ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, im Grundspiel sind zu wenig Fälle für meine Fälle. Dafür ist diese Karte wirklich riesig, riesig. Also es ist größer als A0 halt auf jeden Fall. Und dafür sind in den zehn Szenarien, fand ich, wenig Spielzeit für diesen Riesenplan. Ist halt endlich, ne? Aber es gibt online noch Fälle. Da musst du doch mal gucken. Da sind irgendwie drei, vier, zwei, drei, vier Fälle, sozusagen, die man auch noch sich dann nochmal, also online angucken, aber die kannst du dann lösen. Und man kann das ja auch in dieser Profi-Variante spielen, wo man diese ganzen Zwischen-Steps nicht anschaut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde tatsächlich, dass, wir haben es auch schon, also wir haben auch einen Fall, also in der Profi-Variante gemacht. Und da war es so ein bisschen, weiß nicht, diese Geschichten sind so niedlich geschrieben und es ist so süß gemacht. Und ich finde, diese Stationen machen halt ganz viel damit. So, er geht nach Hause. Das will man eigentlich auch erleben. Und man merkt aber auch, wenn man das im Ärienspiel, dass dann sozusagen, wenn einer dabei ist, der schon sofort, also es ist auch sehr, einer hat es entdeckt und ist ja für alle schon dieser Rätselfaktor auch weg. Weil da gehen die da lang, guck mal da lang, guck mal da lang. Das heißt, es ist auch so, man muss sozusagen gucken, auch mit dem man das zusammenspielt. Und wenn jemand jetzt halt super gut in diesem, ich finde was im Wimmelbild spielt, ist es so für alle anderen, ja, okay, gut, sie hat es eh gleich rausgefunden oder er hat es eh gleich rausgefunden. So. Und, ja. Deswegen, so da ist auch so ein bisschen so eine Balance. Es macht super Spaß, auch wenn die mit der Partyspielen wieder dabei sind. Ein super schönes Partyspiel im Endeffekt oder ein super schönes nett beisammenspiel. Ich weiß nicht, ob die es mit großen Gruppen ist, wie ich es gerade schon sagte. Also mit vier Leuten funktioniert es ziemlich gut, aber, ja. Ich glaube auf jeden Fall, damit wird noch viel gemacht und damit kann noch viel gemacht werden. Ja, das hat, glaube ich, hier was losgetreten. Ja, auf jeden Fall. Da wird doch nur einiges kommen. Theoretisch kannst du ja auch, das ist jetzt ja so Krimi, aber du kannst ja auch ins Weltall, du kannst ins Mittelall, du kannst du theoretisch alles machen. Es ist im Endeffekt, wir haben jetzt sozusagen, wenn sie daraus einen Spieleaspekt machen, du kannst jedes Wimmelbildbuch der Welt in ein Spiel umwandeln. Und ich erinnere mich auch früher daran, dass ich Wimmelbildbücher hatte, wo es auch schon sowas gab am Schluss mit, oh, der kleine Ritter erlebt aber von der ersten Bild zum 10. Bild aber auch eine Entwicklung, kannst du überall finden. Und das ist ja auch so eine Sache. Das heißt, im Endeffekt ist das auch nichts Neues. Aber es ist halt eine coole Idee und ich finde es an sich auch eine nette, also die Storys sind super nett geschrieben und es macht wirklich, wirklich Spaß. Aber es ist halt kurzweilig, also wirklich kurz und weilig. Ja, das passt. Auf der Nummer 9 ist Anno 1800 von Martin Wallace. Ist beim Kosmos Verlag erschienen, zwei bis vier Personen, eine Partie dauert ungefähr 120 Minuten. Das ist halt die Umsetzung von dieser erfolgreichen Strategie-Aufbau-PC-Reihe. So, und in dem Spiel geht es, glaube ich, weniger um dieses Erkunden, sondern mehr um diese Produktionsketten bilden. Ja, mein Freund ist ein großer Anno-Nerd. Also mein Freund nerdet, er hat sogar jeden Dienstag einen festen Termin, wo er anzockt mit einem seiner besten Freunde. Also ein großer Anno-Nerd auch immer schon gewesen, deswegen wäre das wahrscheinlich was für ihn, aber wir haben es nicht gespielt. Nee, aber ich warte noch, weil Martin Wallace hat angekündigt, dass er noch einen Solo-Modus entwickelt. Er war einfach zu dem Zeitpunkt, wo das gedruckt werden oder rausgekommen werden sollte, noch nicht fertig. Ja. Aber das habe ich auf jeden Fall auf dem Plan. Genau, ich bin mal optimistisch, dass wir das noch spielen, wenn der Solo-Modus rauskommt. Ja. dass du es dann besitzt. Genau. So, jetzt machen wir uns vielleicht unbeliebt. Auf Platz 8 habt ihr Wasserkraft gewählt. Das ist von Tommaso Battista und Simone Luciani, der jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Mal hier vertreten ist auf der Liste. Ist im Deutschen auch bei Feuerland erschienen für ein bis vier Spielerinnen und Spieler. Eine Partie dauert 60 bis 120 Minuten und ist auf jeden Fall ein sehr kompetitives, sehr interaktives Worker-Placement-Spiel. Auch würde ich sagen klares Experten-Niveau. Das richtet sich auf jeden Fall an Vielspielerinnen und Vielspieler. Und da bauen wir uns ein Wasserversorgungsnetz auf. Von der Quelle sozusagen bis ins Tal. Genau. Aber jetzt mache ich mich jetzt nicht alleine unbeliebt, wie bei den letzten 20 Titeln. Genau, wir haben das gespielt und auch da würde ich wieder sagen, für die richtige Zielgruppe, die da Bock drauf hat, wahrscheinlich auch so Bock auf Cooper Island und Brass hat. Es ist aber auch bei ganz vielen Brettspiel-Youtubern oder bei ganz vielen in dieser Szene ja mega abgehypt worden. Also Hunter und Krohn haben glaube ich auch Zertifikat ausgeteilt oder whatever. Es ist ja mega abgehypt worden. Und ihr habt es ja auch auf Platz 8 gewählt, aber uns ist es überhaupt nicht angekommen. Wir hassen es. Ja, hast du es vielleicht too much? Nee, nee, nee. Jetzt red ich nicht raus. Red ich nicht raus. Ich würde auf jeden Fall, also es ist für uns, also für mich ist es ein unglaublich frustrierendes Erlebnis geworden und das muss man glaube ich mögen und das ist einfach nicht meins. Weil theoretisch können dir die anderen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgraben und dann bist du einfach, ja, da hast du halt verkackt. Also ich glaube, es ist auch so ein Spiel, wenn du das mit Leuten spielst, die das können und du bist da als neue Person, du siehst auf jeden Fall kein Land. Also und das ist einfach nicht meins. Das ist mir zu, verkopft und ich muss zu sehr alles mögliche planen. Es funktioniert glaube ich auch nicht als Bauch. Also einfach so aus dem Bauch heraus. Ich mach mal irgendwas, das funktioniert nicht. Und es gibt auch nur, es ist auch eins von den Spielen, wo es sehr, sehr begrenzte Züge nur gibt. Es gibt auch irgendwie auch nur, das ist irgendwie nur so gefühlt in dem ganzen Spiel nur zehn Züge oder so. Also es ist auch sehr, sehr begrenzt an der Zuganzahl. Deswegen passt, funktioniert das nicht, was du gerade sagtest mit diesem, man spielt mal aus dem Bauch raus und macht mal, wenn man nämlich in diesen zehn Zügen halt nicht genau sozusagen einen Plan hat oder auch genau weiß, wie man auf den anderen reagieren soll, wenn man auch gemeinsam eben auf einen Plan baut, ist es sehr frustrierend, weil man wirklich sagt, jetzt kann ich so nach Zug drei, ich kann ja nichts mehr machen, weil du gefühlt meinen Plan vereitelt hast. Also ich finde es vom Gefühl her genau das Gegenteil von Praga Kaput Regen. Das sind beides sehr komplexe Worker Placement Spiele, aber Praga Kaput Regen ist unglaublich belohnt und super zufriedenstellend und Wasserkraft ist einfach wirklich nur so, dann toll, das bin ich eigentlich raus. Also ich kann glaube ich gefühlt so laufen, nach Runde zwei denkst du so, ich kann jetzt noch irgendwas machen, aber warum, weil die andere Person schon jenseits von sonst was ist. Also es ist sehr unbefriedigend für uns gewesen. Und die haben es dann auch nach einem Mal mehr oder weniger frustriert in die Ecke geschmissen. Es ist direkt, ich besitze es nicht mehr. Das ist aber ein schlechtes Zeichen für Spiele. Aber auf Platz 7 ist wieder was ganz Entspanntes und zwar Parks von, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man ihn ausspricht, Henry... Henri... Audubon? Audubon? Bestimmt. Ist auch beim Feuerland Verlag erschienen, ist für ein bis fünf Personen, dauert 40 bis 70 Minuten, das kommt auch glaube ich ungefähr hin. Das ist eindeutig ein Familienspiel und zwar besuchen wir die amerikanischen Nationalparks. Also hinter dem Spiel steckt diese 59 Parks Reihe, das ist so eine Reihe von Illustrationen zu den 15, also 59... 59... 59 Nationalparks in den USA und das Spiel punktet auf jeden Fall durch die Optik. Also diese... Es ist so schön. Es ist wirklich so schön. Es ist super schick, diese wirklich auch sehr großen Parkkarten und die sind auch von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern gezeichnet, die sehen alle unterschiedlich aus. Es gibt unterschiedliche Miepel. Es gibt unterschiedliche Miepel, die in Tiefform sind. Es gibt so Ressourcenplättchen wie Wasser, Sonne, Berge, Bäume gibt es glaube ich auch noch und dann gibt es halt diese Joker-Teile und das sind halt alles möglich. Das kann Panther, das kann Delfinen, Fischen, Elch, alles mögliche und das sieht echt schick aus. Und es hat ein Inlay, was wirklich perfekt ist, dann hat es noch so ein Metall-Staatspieler-Marker, es hat so ein Fotoapparat. Dann die Wanderer, diese Wanderer sind ja auch als Wanderer erkennbar, als Miepel. Und das ist einfach für erfahrene Spielerinnen und Spieler, das ist so ein Spiel, das kann man einfach mal spielen und es ist schön, man hat so eine schöne Zeit, dauert nicht so lange, man besucht ein paar Parks und geht auf so einer Strecke lang und kriegt Ressourcen und kann unterschiedliche Aktionen machen. Und das ist einfach so ein nettes Spiel zum Spielen. Es ist auch ein nettes, es ist ein, wo wir vorhin so über dieses Kompetitive, es ist eine nette Kompetitive Art und Weise, man kann sich schon Felder wegnehmen, man sozusagen ist auch, man kann nicht zurück, man kann also nur vor, man kann auch nur auf ein Feld, wo kein anderer steht, das heißt sozusagen, es ist eine Art von Wettlaufcharakter, aber in einer sehr sympathischen Art und Weise, weil man eigentlich, man kann sich ein bisschen was verbauen oder sowas, man kann auch so, ah, ich wollte das, aber es ist nicht so frustrierend definitiv. Das Einzige, was ich frustrierender im Spiel finde, ist, es ist ein bisschen teuer, es ist natürlich sozusagen cool, weil es so individuell wahrscheinlich, und auch wahrscheinlich sind halt das keine Massenwaren, die ganzen Sachen, machen, aber es ist für die kleine, für das kleine Spiel und für die sozusagen dann doch sehr teuer, also es kostet wirklich irgendwie 50 Euro oder so, oder hat mittlerweile auch, weil es halt nicht mehr gedruckt wird, ich weiß nicht, wie teuer die Neuauflage jetzt ist, die ja auch angekündigt war bei Feuerland, aber es ist schon sehr teuer für die kleine, sozusagen für das kleine Spiel und das fand ich so ein bisschen Nachteil, weil eigentlich, dass jeder irgendwie zu Hause haben sollte, weil es, finde ich, so ein schönes Spiel ist, was man wirklich so nett zusammen spielen kann und es ist aber, der Preis schreckt ab, auf jeden Fall, also mich hat er abgeschreckt, es dann für mich nochmal privat zu kaufen, genau, also deswegen. Ein Spiel, um es sich schenken zu lassen. Oh, sehr schön, aber es ist so ein schönes Spiel, ich finde es wirklich so bezauberlich, ich würde sagen, auf der ganzen Liste ist das für mich das schönste Spiel, definitiv. Ja, das bestimmt. Auf jeden Fall. Ist wirklich schön gemacht. Auf Platz 6, und da wundere ich mich ehrlich gesagt, dass es nicht weiter oben ist, ist Eons End von Kevin Reiters, ist im Deutschen bei Frosted Games erschienen, ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel für ein bis vier Spielerinnen und Spieler, eine Partie dauert so 45 bis 90 Minuten und wir sind so Rissmagier, die gegen unterschiedlichste, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Erzfeinde kämpfen. Und ich hätte eigentlich gedacht, weil das so im Englischen so super lange schon gehypt worden ist und alle waren so, wow, jetzt kommt es endlich auf Deutsch. Also klar, Platz 6 ist hoch, aber ich hätte gedacht, das landet weiter oben. Vielleicht, weil es bei mir auf der Liste egal gelandet ist. Vielleicht ist es deswegen nicht so weit oben gekommen. Das ist auch vielen Leuten auch ein bisschen egal. Also ich glaube, das kommt schon sehr gut an. Glaube ich auch. Das hat auch echt viele einzigartige Sachen. Also kooperatives Deckbuilding-Spiel, weiß ich gar nicht, ob es das so gibt. Also klar, Spirit Island hat so ganz, ganz leichte Deckbuilding-Sachen, aber nicht wirklich. Aber man hat ja nicht diesen, mein Bestes Spirit Island hat ja nicht diesen gemeinsamen Kartenfundus, wie das zum Beispiel bei Dominion dann eben auch auf das Jahr dann auch schon angelehnt ist. Und man mischt sein eigenes Deck nicht. Das ist super cool. Also da kann man tatsächlich super überlegen, so wann, wie lege ich welche Karten oder theoretisch weiß man direkt, weiß man was, wann welche Karten wiederkommen. Die Erzfeinde spielen sich alle völlig unterschiedlich. Es kann sehr schwer sein, aber ich finde es nie frustrierend. Und auch die einzelnen Charaktere, die man selber spielen kann, die haben auch alle eine unterschiedliche Fähigkeit und dadurch auf jeden Fall super hoher Wiederspielreiz. Es gibt ganz viele also es gibt so Zauber, es gibt irgendwie Artefakte und dann halt noch so Edelsteine, die uns sozusagen die Ressourcen bringen, um die Karten zu kaufen und Aktionen zu machen und dadurch super hoher Wiederspielreiz. Also ich finde es richtig, richtig cool auf jeden Fall. Also ich würde nie sagen, dass es so schnell das Spiel ist. Ich finde es auch ein gutes Spiel. Es ist halt für mich so ein bisschen, hm, also So du würdest es mitspielen, aber jetzt nicht selber groß. Wir spielen es ja auch oft. Wir haben es tatsächlich ja schon drei, vier, fünf Mal gespielt. Wir spielen es öfters, weil es ja eben ein Koop-Spiel ist und wir haben uns seit ein paar Monaten angewöhnt, am Schluss unserer Spiele-Tage-Abende eben immer ein kooperatives Spiel zu spielen. Da spielen wir es oft, weil es macht auch Spaß zusammen auf jeden Fall. Aber es ist für mich so ein bisschen so, hm, ja. Also es würde auf jeden Fall nicht in meiner Top Ten landen, weil es ist mir so ein bisschen, also so egal, klingt so fies, aber es ist so, es ist ein schönes, nettes Spiel, aber ja, so. Ich freue mich auf jeden Fall, es kommt jetzt, ich glaube im März oder nicht, ich glaube im Mai kommt Eons End für die Ewigkeit, also ein neues Grundspiel sozusagen, also eine Standalone-Erweiterung und nochmal zwei kleine Erweiterungen, also wieder mehr Charaktere, mehr Karten und mehr Erzfeinden und da habe ich wirklich Bock drauf. Die Erzfeinde finde ich zum Beispiel auch tatsächlich einen sehr, sehr coolen Punkt. Also das finde ich so cool gemacht, weil jeder eine andere Mechanik auch hat, ihn zu spielen und definitiv eine coole Sache, ja. Und die sind richtig lästig, also ein positives Sinn. Du machst ja nicht so, ah nee, nee, und man spielt nicht in einer festen Reihenfolge, es gibt so ein Reihenfolgedeck, was gemischt wird und dann kann es auch sein, dass der Erzfeind zweimal hintereinander oder auch mehrmals hintereinander dran ist und dann ist es wirklich so, du deckst so die nächste Reihenfolgenkarte auf und denkst so, nee, nee, bitte jetzt nicht. Wir müssen dran sein, damit es läuft und dann ist natürlich die Erzfeindkarte und denkst so, nein, und was jetzt? Also hat natürlich dadurch einen Glücksfaktor, aber super interessant. Aber auch nicht so wirklich, weil du kannst ja auch ein bisschen planen. Du weißt ja, wenn ich ja schon zweimal dran war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann ist höher. Und es ist, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, es ist, trotzdem wir ja schon auch schon grandios gestaltert sind, es ist nicht so frustrierend, dass man sagt, oh fuck, es ist nervig, sondern du hast schon, also du kannst auf jeden Fall, hast einen Wiederspielwert, definitiv, auch weil es nicht dich abfuckt, so definitiv. Ja, voll. Aufer 5, wir nähern uns dem Treppchen, ist Fantastische Reiche von Bruce Glasgow oder Bruce Glasgow, weiß ich leider auch nicht, wie man den guten Herrn ausspricht, ist im Deutschen jetzt, Ende letzten Jahres, glaube ich, bei Strohmann Games erschienen, ist ein Kartenspiel für drei bis sechs Personen. Ab drei? Glaube ich ab drei, ja. Und eine Partie dauert 20 Minuten, das ist so ein reines Handmanagement-Ding, wo es einfach nur darum geht, wir haben unterschiedliche Karten, die bestimmte Punkte, Bedingungen haben und die versuchen wir irgendwie möglichst gut zu erfüllen. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen, weil ich habe es nicht gespielt. Ab drei Personen ist halt irgendwie, also ich habe ein Spiel, das glaube ich, oder zwei Spiele, die drei Personen sind, das sind glaube ich Temple of the Shrekens und Wizard. Ja, die Partyspiele. Genau, so Party-Dinge, aber sowas, ja. Aber Fantastische Reiche kommt super an bei ganz viel. Das ist glaube ich ein super cooles Spiel. Die Frage, wenn es halt eine Möglichkeit dafür gibt, das zu zweit zu spielen, würden sie definitiv auch schon, weil so 20 Minuten ein kleines Zwischengame ist eigentlich auch immer richtig unser Ding. Also, ja. Wer weiß, es gibt ja genug Duellsachen, vielleicht kommt ja irgendwann mal was raus. Aber es ist glaube ich ein ganz cooles Spiel, haben wir einfach bis jetzt noch nicht so den Zugang gehabt. Bzw. nicht die Möglichkeit gehabt, zu dritt zu spielen. Genau, richtig, ja. Auf Platz vier ist der Kartograf von Jordi Edden, ist im Deutschen bei Pegasus-Spiele erschienen, ist ein Spiel für, auf der Schachtte steht ein bis hundert Personen. So ein Gag-Lord, der das geschrieben hat. Ja, also es ist ein Flip and Ride, kein Roll and Ride, weil wir nicht würfeln, sondern wir decken Karten auf und dann zeichnen wir das auf unserem Wertungsblatt ab. Partie dauert 30 bis 45 Minuten, wo ich erst sagen würde, wir spielen auf jeden Fall schneller, glaube ich. Wir spielen aber auch alle schneller. Ja, ich bin ernst. Wir alle machen immer nur aus dem Bauch raus, wir überlegen nicht, wir machen einfach. Vielleicht ist auch das der Grund, wahrscheinlich, wenn wir jetzt diese Podcasts, wenn sich jemand anhört, denkt der auch so, ich hasse die so, die haben ein Spiel nicht verstanden, da muss das doch überlegen und sich Strategien zurechtlegen. Warum machen die das nicht? Wahrscheinlich deswegen. Und er spielt in der Welt von Roleplayer, das ist ja dieses, das ist ein sehr cooles Würfelspiel auf jeden Fall. Ja, und Kato Graf ist ein etwas komplexeres Flip'n'Ride und wurde auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Ja, da gibt es auch eine kleine Besonderheit und zwar, wir haben es einmal zusammengespielt als Role'n'Ride, also einmal in Real, Real, und ich habe es mir dann als App geholt. Es gibt es im App Store, ich glaube, es kostet zwei Euro oder drei Euro, es ist auf jeden Fall sehr günstig. Seitdem spiele ich es gerne in der App und funktioniert sehr gut. Ja, also ich würde die App auch empfehlen, tatsächlich. Also wenn Leute, das finde ich ja immer sehr wichtig, das habe ich ja auch schon im Jahr auch oft schon drüber gesprochen, es gibt ja sehr viele kleine Spiele als Apps, es gibt auch Terraforming Mars, eines meiner oder auch glaube ich eines unserer Lieblingsspiele, auch als App, eine sehr gute App, die funktioniert. Ich finde das immer sehr gut für Leute, die eben nicht zu zweit spielen können oder die eben nicht das Geld haben, sich das Brettspiel zu kaufen, wenn es als App das gibt. und Kartograf ist eben auch so ein und diese App funktioniert sehr gut und macht auch auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin irgendwie bei Apps immer skeptisch, also ich finde es cool, dass es als App erscheint, aber ich will irgendwie das als App nicht spielen, weil ich weiß es noch bei ganz schön clever. Als ich mir die App geholt habe, ich habe das nie wieder so reell gespielt und das ist glaube ich so ein bisschen so, deswegen zwinge ich mich lieber das auf den Tisch zu bringen, weil da habe ich nochmal dieses haptische Gefühl. Also ich habe auch der Kartograf super häufig, kann man auch so ganz easy auf den Tisch spielen. Ich würde das aber empfehlen, auf jeden Fall irgendwie mit Buntstiften oder mit bunten Stiften zu spielen, weil wir zeichnen uns da so eine Landschaft ein und wenn man das nur mit Symbolen macht, nur mit Bleistift oder Kugelschreiber macht das eben ein bisschen lame aus. Und vor allem, wenn du diese Symbole dann kannst du sie irgendwie unterscheiden und am Ende kriegst du mal so Wellen zeichnen und diese Berge, also diese Wüste und Wellen dann verwechselst du oder sowas, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles, etwas komplexeres Flip, Roll and Ride Spiel. Auch wenn ich sagen würde, letztes Jahr sind viele bessere erschienen, die hier nicht auf der Liste sind, aber ich finde Fleet the Dice Game deutlich interessanter. Rajas of the Gungles, The Dice Charm, das ist richtig cool. Trois Dice fand ich auch cool. Also auf jeden Fall letztes Jahr sehr viele komplexere Wartspiele erschienen. Aber da haben wir im Vorhinein, als wir diese sozusagen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, auch darüber gesprochen, dass uns die kleinen Spiele eh so ein bisschen in Anführungsstrichen fehlen. Also wie seit die du gerade aufgezählt hast zum Beispiel. Es sind auch noch mehr, die wir jetzt wahrscheinlich glaube ich gar nicht so im Blick haben, die aber hinter uns auch im Regalchen wahrscheinlich jetzt gucken gehen könnten, die fehlen. Es ist auf jeden Fall nur unverschämter, dass Obsthain oder Orchard hier nicht drauf gelandet, so ein tolles kleines Odo spielen. Kann man auch mit mehreren Spielen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, es gibt super viele kleine, schöne Spiele, die hier irgendwie in Anführungsstrichen unterrepräsentiert sind, weil es dann doch sozusagen viele komplexe, große Spiele dabei gewesen sind, was natürlich auch cool ist und vielleicht würden es auch manche als unfair bezeichnen, zu sagen, ja, weil wir jetzt irgendwie so Blätter rauschen oder sowas oder irgendwie, das ist jetzt nicht so schwer, das zu entwickeln oder es ist jetzt auch nicht so fix, mich jetzt nicht so anleitend, irgendwie mich reinzufuchsen, in zum Beispiel Wasserkraft oder eben auch Apropos Regen, das ist natürlich schon ein Spiel, wo du dir auch reinfuchsen kannst, wo du mehr Zeit investierst, das spielst du nicht mal eben so zwischendurch weg und das ist auch sozusagen der, ja, der, der, sozusagen der Punkt, warum es nicht draufsteht, warum es viele nicht benannt haben, aber ich finde es eigentlich, tatsächlich, ich finde diese Roll and Ride-Spiele, diese kleinen Spiele, oft, das kannst du mal eben, eigentlich kannst du sozusagen deiner Leidenschaft, in Anführungsstrichen, mal eben auch so zwischen zwei Uniseminaren sozusagen, so theoretisch nachkommen und kannst mal eben was Kleines spielen, einfach als Ausgleich und das finde ich eigentlich immer schade, dass sozusagen das dann hier ein bisschen unterrepräsentiert ist, in Anführungsstrichen, also definitiv dafür eine Appell, ja. Aber es ist natürlich, also Kardograf ist auf Platz 4 gelanget, das ist natürlich schon gute Platzierung auf jeden Fall. Auf den höheren Plätzen ist ja auch noch ein Spiel, was auch sehr klein ist, was man auch eben so zwischendrin spielen kann, definitiv. Genau, wir sind jetzt auf dem Treppchen bei Platz 3 und da ist, oder sind, die verlorenen Ruinen von Anak gelandet, von Michaela Stachowa und Michael Stach, die erste Frau auf der Liste, oder? Oh, das weiß ich gar nicht, kann gut sein, ja. Es ist bei Heidelberg Games erschienen, ist so ein Mix aus Deckbau, Worker Placement, Ressourcen Management und die Spielerinnen und Spieler hat, also, es ist nicht, es ist ein Indiana Jones Setting, auch wenn Indiana Jones weniger erkundet und eher Nazis auf die Mütze gibt, aber es ist schon dieses so, wir sind irgendwie im Dschungel oder auf einer neu entdeckten Insel und müssen da erkunden. Und ist für, ein bis vier Spielerinnen und Spieler, glaube ich, voll das Spiel für uns, Problem einfach nur, das ist halt aktuell ausverkaufend ist, ich habe es halt nicht mehr erwischt. Sobald das wieder verfügbar ist, werde ich mir das auf jeden Fall holen und dann schauen wir uns das an. Ja, ich finde auch sehr gut, also finde ich auch, bin ich auch gespannt drauf, definitiv. Ja, das ist halt einfach das Problem, es gab so wenig Spiele davon in der ersten Auflage und das Material sieht auch richtig krass aus, weil da so, so tolle, weiß nicht, so Ruinentafeln und Pfeilspitzen, das sieht auf jeden Fall super schick aus und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das ist. Das wird auch, genau, Platz drei halt auch, wurde auch ziemlich, ist ziemlich gut angekommen. Bei den Leuten, die ein Spiel bekommen haben. Genau, warum ich nicht? Auf Platz zwei ist Gloomhaven, die Pranken des Löwen gelandet von Isaac Childress, ist im Deutschen bei Feuerland erschienen und das ist ja so ein bisschen das kleine Gloomhaven. Also Gloomhaven ist ja so eine riesige Box, krasser Dungeon, kooperativer Dungeoncrawler und die Pranken des Löwen ist so die abgespeckte Version, aber auch nur im Vergleich zu den originalen Gloomhaven. Also die Pranken des Löwen kostet glaube ich auch 60 Euro und ist schon ein großes Spiel. Aber vielleicht zum großen Gloomhaven ist es halt irgendwie das kleine und auch das zugänglichere. Es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man nicht das aufbauen muss, sondern man spielt in so einem Buch und dann hat man direkt sozusagen das Szenario aufgebaut. Ich glaube schon, wir haben es auch nicht gespielt. Genau, wir haben es auch noch nicht gespielt. Die Pranken des Löwen vielleicht reizt mich eher noch, weil es auf jeden Fall zugänglicher ist und man nicht diese Aufbauzeit hat, aber ich weiß nicht, wie viele Szenarien das Original Gloomhaven hat. Bestimmt 80? Ich weiß es nicht. Ich hätte nie Zeit, 80 Szenarien durchzuspielen. Dann gibt es ja noch extra Szenarien und Soleszenarien und jetzt waren auch Frosthaven auf Kickstarter und das kommt, wird glaube ich dieses Jahr ausgeliefert. Ich habe nicht die Zeit, so ein riesiges Spiel zu spielen. Da ist dann vielleicht Pranken des Löwen das interessantere Spiel. Muss man mal gucken. Auch wenn ich nicht so der Dungeon Crawl fange. Obwohl wir, eine kleine Side-Story dazu, unsere Spieleleidenschaft angefangen haben, indem wir Dungeons & Dragons an Silvester gespielt haben zusammen. Das alte Dungeons & Dragons. Das Dungeons & Dragons-Brettspiel. Das ist wirklich cool. Das steht auch immer noch auf meinem Regal. Das ist inzwischen richtig teuer. Also meins sieht es schon ein bisschen abgegribbelt aus, deswegen ist es wahrscheinlich, ich würde es nicht mehr so viel cooler kriegen, aber inzwischen ist es out of print. Ja, also das ist halt lustig, weil wir eigentlich überhaupt nicht, seitdem nie wieder diese Art von Spiele gespielt haben, obwohl wir damit angefangen haben. Aber so Dungeon Crawler ist, glaube ich, nicht so unser Ding, glaube ich. Oder beziehungsweise, du hast gerade von dir gesprochen, ich würde mich dem anschließen, deswegen unser Ding. Ja, also es ist bestimmt cool und ich finde es auf jeden Fall cool, dass das im Kleinen nochmal rausgekommen ist, um auch irgendwie Leute nochmal anzusprechen, weil Gloomhaven, ich weiß nicht, 120, 130 Euro haben wir manchmal eben. Wenn wir über den Preis sprechen, was abschreckend ist. Und halt so eine riesige Box und da ist es nochmal cool für 60, auch wenn 60 Euro auch nicht wenig ist. Aber es ist halt sozusagen ein Vergleich, ungefähr die Hälfte. Ganz cool, dass es nochmal rausgekommen ist. Also wie Parks, wenn du dir das überlegst. Genau, und auf Platz 1 ist das Kennerspiel des Jahres 2020 gelandet, nämlich Die Crew von Thomas Singh ist beim Kosmos Verlag erschienen und ist ein kooperatives Stichspiel für zwei bis fünf Personen. Und Die Crew ist so ein Sci-Fi-Szenario, auch wenn ich würde sagen, das Thema ist ein bisschen egal. Das Thema ist egal. Du fliegst auch dauernd irgendwelche Löcher rein und fliegst wieder raus. Also auf jeden Fall über 50 Missionen mit unterschiedlichen Aufgaben versuchen wir gemeinsam als Crew die Reise zum neuen Planeten. Das war noch so der Untertitel. Es geht so darum, als Crew müssen wir erstmal zusammenfinden und dann haben wir sozusagen Abenteuer im Weltall. Und es ist kooperatives Stichspiel, was es glaube ich so bis jetzt noch nicht gab. Ja, und wir haben es durchgespielt. Wir haben es durchgespielt, wir haben es sogar nicht nur durchgespielt. Wir haben auch noch diese komischen Bonus-Dinger-Missionen ISS, Reise zur ISS oder sowas. Und das war ja ganz cool, Kosmos hatte so fünf, nochmal, fünf mal drei Einzelmissionen nochmal online veröffentlicht. Die haben auch alle gespielt. Man sieht also, wir waren hyped. Ja. Der Hype war da. Auf jeden Fall. Ich finde es eine richtig coole Idee auf jeden Fall. Und auch, dass das klappt. Also auch die zwei Personen, also es ist wahrscheinlich cooler, wahrscheinlich je mit mehr Leuten und es ist schwieriger, glaube ich. Aber es funktioniert auf jeden Fall super mit zwei Personen. Ja, man hat einen dritten Automa quasi, den man dabei hat. Und der funktioniert. Wir haben ihn immer noch immer genannt. T3 Town. Nein, wir haben ihn irgendwie Bill genannt oder so. Eigentlich heißt er glaube ich Jarvis, das ist so ein bisschen angedeutet wie Marvel und so. Ja, wir haben ihm aber irgendeinen random Namen gegeben und dann haben wir aber ihm gut zugeredet, dass er uns auch gute Karten gibt und so. Und das funktioniert wunderbar. Es hat, also klar, keine Ahnung, Karten spielt krasser Glücksfaktor, aber die Sachen sind auf jeden Fall es wird immer komplexer und auch immer anstrengender und interessanter. Ja. Ja. Und es ist offensichtlich auch erfolgreich genug, dass jetzt die Crew Mission Tiefsee heißt es, glaube ich. Irgendwas mit unter dem Wasser angekündigt worden ist. Funktioniert auf jeden Fall, ja. Und das kann man auf jeden Fall, also haben wir es noch nicht gemacht, aber theoretisch könnte man, nachdem man es durchgespielt hat, auch nochmal von Anfang an spielen. Und Endlichkeit. Also das ist, das ist, das ist widerspielbar. Und man kann das auch mit neuen Gruppen, kann man immer wieder neu von vorne anfangen. Also wären man irgendwie schon bei 20 ist, kann man noch mit einer anderen Gruppe nochmal neu anfangen. Ja. Es war ganz lange unser, unser Abschlussspiel. Wir haben immer gespielt und dann haben wir noch zwei, drei Runden am Ende immer die Crew gespielt, bevor es dann zu Ende war oder so. Definitiv. Das einzige Nachteil ist, der Startspieler ist bis heute noch immer unser, wenn wir irgendwo sind, besser als bei The Crew. Das ist nur genau die Kackigkeit, er ein Startspieler mag, definitiv. Das ist halt auch ein 10 Euro Karten-Spiel. Ja, auf jeden Fall. Hätte man einfach nur ein Plättchen nehmen können, das zusammensteckbare Ding. Das wurde in anderen Sachen auf jeden Fall besser geregelt. Wisst du, ja. Auf jeden Fall cool, das ist ein kooperatives Stichspiel, dass das so funktioniert hat. Und es ist auch, ich fand, es war immer dieses Gefühl, es hat so eine, es blieb nicht bei einer Partie, da hast du nochmal ein, zwei, drei oder auch mehr einfach nochmal gespielt. Auch wenn du gescheitert bist, so, ja komm, wir müssen das jetzt noch schaffen und dann spielst du es immer, immer wieder auf jeden Fall. Das könnte man auch, glaube ich, wir können es einfach nochmal wieder spielen. Theoretisch, ja, definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die Crew-Mission Tiefsee, wenn das so heißt. Ich hoffe es so. Ich glaube schon, es klingelt auf jeden Fall was bei mir. Ja. Das waren eure Top 30 Brettspiele von 2020. Ich glaube, wir können in Anbetracht auch der Zeit, wo wir jetzt schon sprechen, ich werde aber trotzdem nochmal kurz sagen, ob uns ein Spiel auf der Liste auf jeden Fall fehlt, was wir gerne drauf gehabt hätten. Vielleicht. Das wäre nochmal, glaube ich, eine ganz coole Sache, nochmal Abschluss zu sagen. Also im Endeffekt vielleicht erstmal noch, ich bin im Endeffekt im Groh, ganz zufrieden mit der Liste. Also ich finde, es sind viele drauf, die ich auch drauf getan hätte, definitiv. Es sind auch ein paar drauf, also zum Beispiel eben ja sowas wie Wasserkraft, aber damit kann ich einfach nichts anfangen als Spiel. Da ist dann der Querschnitt, glaube ich, der Spieler definitiv kann ich nachvollziehen, warum das so hoch gerankt wurde. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr diverse Liste. Ja. Cooper Island vielleicht so Wasserkraft, die komplexesten Titel ist eine große Bandbreite auf jeden Fall drauf. Genau, es ist für jeden im Endeffekt auch was dabei und das finde ich auch schön, dass man von Nichtspieler bis zum Experten, Vielspieler, auch sozusagen Dungeon Crawler, sozusagen ein Gefühl, dieses Urtyp, sozusagen mit, man macht dann krasse Missionen und sowas noch alles drin hat. Also deswegen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Liste, aber ja, was sagst du denn, Johannes, was fehlt dir auf jeden Fall in der Neuerscheinung 2020 in diesen Listen? Wir haben vorhin ja über kleine Spiele schon geredet, also da würde ich mal sagen, glaube ich, fehlen uns beide vielleicht ein paar, die noch irgendwie zumindest erwähnt werden hätten sollen, aber von so den großen Spielen, was fehlt dir denn? Genau, von den großen Spielen, ich habe vorhin schon ganz kurz The Grand Carnival angesprochen, das ist so ein ehemaliger Kickstarter, so auch ein komplexeres Puzzlespiel, ein super schönes Puzzlespiel, weil man so nicht so einen Jahrmarkt-Zirkus aufbaut, wo ich glaube ich, aber das ist einfach zu nischig, also das ist nicht bekannt genug gewesen. Wir haben ganz kurz schon Pharaon angesprochen, das ist so ein Kennerspiel von Frosted Games, was unglaublich cool ist, auf jeden Fall, also ich mag, die Optik ist ganz toll, das ist auch dieses Ägypten-Thema, also auch die Aktionen sind super thematisch, irgendwie so der Weg des Pharaos auch sozusagen von der Geburt bis zum Tod und die ägyptischen Götter, auch super schön, das Material ist halt irgendwie so eine insgesamt so eine etwas beiche Optik, aber dann die einzelnen Aktionsmarker sind dann in so einem sehr farbenfroh, farbenfroh, aber doch so gedeckt, also nicht so knallig farbenfroh, das ist auf jeden Fall super schön. Und auch sozusagen diese Spielmechanik ist irgendwie schön, also sozusagen mit diesem Mittelding, dass man was abdeckt in Zweispielermodus und so, das ist auf jeden Fall eine schöne Spielmechanik. Und das ist ein richtig tolles Kennerspiel, das ist so einfach so nicht zu komplex, nicht zu seicht, das finde ich so ein richtig rundes, schönes Kennerspiel, würde ich sagen. Ja, ganz klein noch Obsttein, das ist so ein Puzzle-Spiel, das hast du ja auch gerade schon benannt. Finde ich richtig, richtig cool, das ist aber auch aktuell ausverkauft, da muss man gucken, wann dann die zweite Auflage kommt, also hat für den deutschen Verlag Board Game Circus auf jeden Fall scheinbar funktioniert, was mich super freut, dass so ein kleines Puzzle-Spiel irgendwie funktioniert und auch erfolgreich ist. Ja. Was mich etwas wundert, dass Hallertau, der neue große Uwe Rosenberg, dieses Jahr nicht auf der Liste gelandet ist, weil also mit Bonfire ist ja das große Feldspiel, Cloud Age ist so, der etwas kleinere Füß da drauf gelandet, aber Hallertau ist da nicht drauf gelandet, was ich komisch finde, weil ich finde, es ist ein unglaublich gutes Spiel von Uwe Rosenberg geworden. Ich finde auch, dass es eines der besseren Spiele von Uwe Rosenberg ist, um als Nicht-Uwe Rosenberg-Fan da auch was zu zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein super komplexes Spiel, weil es auch sehr viele Karten wieder hat und man kann sehr, sehr viele Aktionen machen, aber es ist relativ zugänglich auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht drauf ist. Es ist große Boxen und relativ teuer. Vielleicht haben es nicht so viele gespielt oder es ist halt auch bei vielen nicht so gut angekommen, weil es, glaube ich, schon einen höheren Glücksfaktor hat als andere Uwe Rosenberg-Spiele. Ein bisschen abstrakt ist, weil man schiebt eigentlich auf so einer Leiste so ein Haus nach vorne. Das ist, also weiß ich nicht, ein bisschen ab vom Thema. Das sind irgendwie, also Agricola, auch vor allem Aller Erde, sind da viel thematischer und mehr im Thema drin. Ja, aber es finde ich ein bisschen schade, dass es nicht drauf ist, weil mir das auf jeden Fall sehr gefallen hat. Ja, ich, also ich würde mich dem soweit anschließen, also außer jetzt Haratau, das finde ich ja sehr gut, also Pharaon finde ich definitiv auch schön. Great Carnival und auch Manifestent, diese beiden Zirkusspiele, sozusagen diese beiden Zirkusspiele. Manifestent ist ja dann noch ein bisschen bekannter, sozusagen, weil es ja in einem größeren Verlag erschienen ist, einfach auch ein super schönes Spiel. Die kleinen Spiele, wir haben vorhin schon Runners of the Gungest, The Dice Chambers angesprochen, habe ich mir auch für privat gekauft, spiele ich sehr gerne, sehr viel mittlerweile, finde ich ganz, ganz toll. Was mir auch, was ich noch, ob ich in den Pott schmeißen würde, wäre Pharium von Friedemann Friese. Du fandst es okay, weil ich weiß, du hast den Solo-Modus, das ist auch irgendwie so mittelgut, aber ich fand es tatsächlich, jetzt wie wir es zusammengespielt haben, fand ich es sehr toll. Ich mag Friedemann Friese auch irgendwie ganz gerne, weil der so ein bisschen weird ist. Also die Spiele sind immer so ein bisschen weird. Das finde ich cool. Ich mochte den Mechanismus von Jede Karte gibt es nur einmal im Game und ich mochte auch die Art von Spiel, weil es ist so ein sinnloses Spiel. Es ist irgendwie, also am Ende ist es, du machst irgendwie sinnlose Kacke und am Ende ist es irgendwie cool und das finde ich, fand ich irgendwie schön. Deswegen Pharium ist für mich definitiv auch nochmal, auch zumindest eine Nennung wert, auf jeden Fall. Ja, Pharium ist wahrscheinlich, also behaupte ich einfach mal, auch ich bin, was Optik angeht, glaube ich, also ich freue mich über hübsche Spiele und Pharium hat eine, ich würde mal sagen, diskutable Optik. Wenn es auf dem Tisch ist, dann ist es nicht mehr so hässlich, aber auf Spielen, also auf Bildern sieht das Spiel wirklich, wirklich nicht schön aus. Und vor allem, weil wir, gibt es ein Thema, wahrscheinlich auch mit Tekenju, dieses Jahr wahrscheinlich auch schöner gelöst haben, auch Pharaon, viel schöneres Spiel. Generell dieses antike Thema, habe ich das Gefühl, haben wir viel gemacht, haben wir viel gespielt, zu zweit dieses Jahr. Ist natürlich bei Pharium bei weitem nicht so schön gelöst, aber ich fand ja Fabelsaft damals auch, Fabelsaft ist auch wirklich cool. Auch haben wir angefangen und ich finde irgendwie, es gibt ja diese ganzen, auch noch diese anderen Friedemann-Friesi-Spiele, diese F, er macht ja alles mit F, der Gag, und diese, aber diese kleinen Spiele, die es ja auch gibt von ihm, sind auch irgendwie lustig und ich finde, es ist irgendwie, er hat immer so einen sinnlosen Aspekt, weil es hat irgendwie kein Ziel, manchmal so ein Gefühl, sondern man spielt so vor sich hin und ich finde das irgendwie witzig und cool und deswegen fand ich Pharium auch witzig und cool und es hat mir Spaß gemacht, deswegen möchte ich definitiv nochmal, als kleinen, vielleicht nochmal in die Runde werfen, weil es halt wirklich ja, auch noch gar nicht bei unserem Gespräch vorgekommen ist. Er probiert halt auch mal neue Sachen aus und das halt, also Pharium funktioniert wunderbar, außer der Solo-Modus, der ist gefühlt irgendwie zu easy und der dauert ein bisschen zu lange, wo du denkst, okay, eigentlich muss das Spiel vorbei sein und dann geht es gefühlt nochmal eine halbe Stunde. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal gelöst, ich weiß nicht, ob man das nochmal anders machen kann. Vielleicht können wir noch erwähnen, Calico, das ist so ein Puzzlespiel, Katzen, genau, auch ein Puzzlespiel mit Katzen, das erscheint dieses Jahr nochmal auf Deutsch, bei Ravensburger, was ganz cool ist, das war ein Kickstarter und ist dann bei AEG auf Englisch erschienen. Es sieht, es ist ein bisschen eigentlich, also erinnert ein bisschen an Patchwork von der Optik, weil wir auch so eine Decke zusammenbasteln und verschiedene Sachen erfüllen wollen. Super, super simpel Regeln, aber so ein Brecherding, wo du dich da reinfügen musst, so okay, wo packst du welches Plättchen hin, weil du gefühlt alles, du machst alles falsch und am Ende denkst du so, oh Gott, aber es ist nie so frustrierend, das ist also optisch super toll. Super schön, ja. Beth Sobel hat das illustriert, das sieht unglaublich schön aus, diese Katzen sind super niedlich, die unterschiedlichen Muster der Decken sind ganz toll, ja. Vielleicht kommt das ja dann in der 2021-Liste, wenn es dann in Deutschland bei Ravensburg erscheint. Haben wir noch was überlegt, gerade nochmal, Glenmore Chronicles, vielleicht auch eine Sache, die... Das ist die neue Auflage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das 2019 oder 2020 erschienen ist. Aber du hast nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, und vorhin, würde ich auch auf jeden Fall erwähnen, fand ich auch ein ganz cooles Spiel, ich mag dieses Schottland. Das ist auch super schön. Genau, super schön. Ich mag dieses Thema tatsächlich, ich mag gerne dieses Schottland, alles aus England, Schottland zu tun haben. Ich finde, es kommt nicht so oft vor, gefühlt in der Brettspiele, weil zumindest nicht in den Brettspielen, die wir spielen. Deswegen fand ich das auch sehr schön, würde ich auch auf jeden Fall erwähnen, so wie Fayum. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht in meiner Top 10 vielleicht drin, aber definitiv erwähnenswerter, wenn es in diesem Top 30 eben gar nicht drin war. Ja. Das war doch schön. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich fand es gut, dass ich die Böse in diesem Podcast jetzt war. Das müssen wir vielleicht mal ändern, dass wir einfach nochmal Rollenswitchen, gucken wir, dass wir das nochmal hinkriegen. Als wir Spiele besprechen, die du gehasst hast. Fuji zum Beispiel. Oh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was Fuji für ein stranges Spiel ist. Genau, aber das soll jetzt auch vergessen. Wir haben lange gequatscht, das war auf jeden Fall super cool, das machen wir auf jeden Fall wieder, glaube ich. Ich hoffe, vielleicht werde ich auch komplett abgehatet von allen Leuten. Genau, wir hoffen, dass es interessant für euch war, dass ihr uns gerne zugehört habt. Es hat Spaß gemacht mit dir, danke für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Tschüss. 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 Tschüss.